So, jetzt läuft's los. Warten wir mal. Da unten links siehst du ein Symbol. Das sind wir. Da musst du mal draufgehen. Live-Chat. Wir sprechen mit Herbert Biskes. Man sieht noch, wie du einen schönen Schluck aus der Flasche genommen hast. Dem alkoholfreien Bier oder was auch immer das war. Ja. Apfelsaftschorle. Apfelsaftschorle. Die alkoholfreie Apfelsaftschorle. Wunderbar. Und 34 Leute gucken schon zu. Also wir sind schon online. Du solltest nur den Ton auch ausmachen, aus deinem Handy oder was du da hast, weil dann haben wir sonst ein Echo drin. Ja. Ich habe aber noch nicht unseren Livestream gefunden. Wo sind wir denn da? Da müsste unten links dieses Vorschaubild sein. Das musst du einfach mal anklicken. Einen wunderschönen guten Abend. Diesmal konnte man nicht ganz die Uhr nach uns stellen, aber wir haben ja auch immer geschrieben, so circa 20 Uhr. So wird es auch in den nächsten Tagen sein, sodass wir also da immer so ungefähr um die Uhrzeit sind. Und diesmal hat uns auch Zoom wirklich voll unterstützt, weil gestern hat es tatsächlich weltweit Probleme gegeben mit Zoom, YouTube und Facebook Kombination. Also wir waren nicht die einzigen, die gestern Abend rausgeflogen sind. Hey, das ist ja geil. Da ist ja schon der Erste, der uns den Finger runtergedrückt hat. Also wenn er dann nichts Schöneres zu tun hat, als uns zuzuschauen, damit er seinen Finger runterdrücken kann, dann muss ich ihm sagen, tut mir sehr leid für ihn. Vielleicht sollte er vielleicht mal anfangen mit dem Häkeln oder was auch immer. Ansonsten geben wir unsere beste Mühe, dass wir noch ein paar Finger hochbekommen. Das würde uns sehr freuen. Denn ich habe, hast du es gefunden? Wie sieht es aus? Bist du drauf? Nee, ich bin beim Muchen irgendwie. Ja, das müsste bei dir da sein. Ganz unten auf der Seite? Nee, nee, du bist ja da auf unserer Seite. Zeig doch mal das Handy. Dann können wir mal kurz drauf gucken, wie es aussieht. Oder dein Tablet, dann sage ich dir das sofort. So. Einmal kurz reinhalten. Naja, du bist schon viel zu tief. Du musst ganz nach oben, da oben hin einfach mal unser Grobi-Logo ansprechen. Ansonsten werde ich dir die alle der Marien nach vorlesen, dass du da alles Schönes siehst. So, jetzt gucken wir doch mal. So. Der gute Herbert Biskus, der dort uns gegenüber sitzt, ist ein, ich weiß, das kommt manchmal so respektlos rüber, alter Hase. Nein, alter Hase ist natürlich ein erfahrener Hase in der Szene. Und zwar bist du schon sehr lange in dem Bereich der Unterhaltungselektronik aktiv als Journalist. So ist es, ja. Ich habe vor gefühlten 20 Jahren zum ersten Mal angefangen, hobbymäßig so einzelne Artikel zu schreiben. Damals noch für die RFE. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. RFE? Ja, so eine Fachhandelszeitung, die, frage mich nicht genau, wo die, wo die verlegt worden ist. So ein kleines, aber feines Fachhandelsmagazin, wo wirklich nur so Insider-Branchen-News entstanden. Für die Fachhändler. Für die Fachhändler. Das ist nie irgendwie am Kiosk gewesen, aber wurde von den Fachhändlern teilweise sehr geschätzt. Und irgendwann kriegte ich dann das Angebot von der Infosat. Herbert, willst du mal für uns einen Artikel schreiben? Und dann habe ich einen fatalen Schritt getan und gesagt, Leute, wenn ihr wollt, schreibe ich noch mehr für euch. Vorausgesetzt, dass ich damit Geld verdienen kann. Und so kam dann mein erster Arbeitsvertrag als Journalist zustande. Cool. Und die Infosat war eine Zeitung, die kenne ich auch noch gut. Vielleicht weiß der eine oder andere, unseren Laden gibt es ja nun mittlerweile seit 20 Jahren. Und wir haben doch tatsächlich mal eine Satellitenbox auf den Markt gebracht. Das war eine Satbox, die nannten wir die Grobi TV Box in Kooperation mit die Genius. Das war eine der allerersten Boxen, Satboxen, Kabelboxen, DVB-T-Boxen. Die hatten einen sogenannten Komponentenausgang. Weil das hatte uns immer tierisch geärgert. Es gab nur Ace Video oder F-Bus, aber Komponente, was wir bei den Projektoren sehr gut nutzen konnten und was ein deutlich besseres Bild machte, das gab es nicht. Und wir haben einen Entwickler entdeckt als Kunden bei uns, der sagte, ja, ist kein Problem, da muss ich ein paar Bits und Bytes irgendwie umschreiben. Und dann habt ihr auch einen Komponentenausgang. Und dann haben wir tatsächlich eine Grobi TV Box damals rausgebracht. War ein cooles Ding, hat viel Spaß gemacht. Und die hast du auch kennengelernt, ne? Die habe ich kennengelernt. Die hast du mir damals dankenswerterweise kostenlos und vollkommen unproblematisch von jetzt auf gleich zum Testen zur Verfügung gestellt. Wir haben das Ding in der Redaktion ausprobiert. Wir haben einen Testbericht drüber geschrieben. Und das war schon eine geile Kiste, um das mal ganz salopp zu sagen. Ja. Ja, ich hatte sogar einen Komponenteneingang zum Durchschleifen von externen anderen Quellen, weil viele Kunden hatten ja noch keinen Komponentenausgang, Eingang bei ihren AV-Verstärkern. Okay, du warst bei InfoSat. Das heißt, wir können dir sicherlich nachher auch noch mal ein paar Fragen zum Thema Satellit stellen, soweit es noch irgendwie geht. Und dann bist du weitergegangen rüber zum Brieden Verlag nach Duisburg und hast dann dort für welche Zeitung geschrieben? Für die HiFi-Test und für die Heimkino. Heimkino war eigentlich so mein Hauptbetätigungsfeld, weil ich für die Heimkino die Fernsehgeräte getestet habe. Und damit habe ich in den letzten Jahren mit Verlaub doch, glaube ich, einiges an Erfahrung, was Bildqualität, was Fernseheinstellungen, was auch den Fernsehmarkt angeht, gewonnen. Und ja, das war die Zeit in der Heimkino. Sehr schön. So, das heißt, das Thema Fernsehen wird auch heute ein Schwerpunkt sein. Du hast natürlich jetzt über alle Marken hinweg einiges im Überblick. Du hast einiges gesehen, auch in diesem Jahr bereits schon. Und jetzt ist plötzlich alles abgebrochen. Dank Corona ist nichts mehr vorgeplant oder nichts mehr möglich von dem, was alles die Hersteller in den nächsten Wochen und Monaten geplant hatten. An öffentlichen Präsentationen kommen wir gleich zu. Ist aber eins der Schwerpunktthemen, die ihr uns nachher auch als Fragen mal vielleicht stellen könnt. Und jetzt hast du eigentlich einen neuen Rechner und einen neuen Arbeitsplatz, weil du bist jetzt, wo bist du jetzt gelandet? Erzähl mal. Ja, also. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen Monaten einmal den Arbeitgeber gewechselt mit einem ganz neuen Equipment. Wir haben, nee, erst mal, wo ich überhaupt bin. Ich bin bei hifi.de und das ist eine ganz andere Nummer als der Verlag, bei dem ich bis Ende letzten Jahres noch tätig war. Ich bin jetzt unter die Onliner gegangen und es macht mir ehrlich gesagt einen Wahnsinns-Spaß. Es ist ein super Team, mit dem wir da arbeiten. Und jetzt bin ich dann auch noch vom Office in Köln, vom Hauptquartier, mit meinem Laptop ins Homeoffice umgezogen. Also nochmal ein kleiner Arbeitsplatzwechsel und von diesem Arbeitsplatz chatte ich jetzt gerade mit dir. Ja, und ich sage mal, hifi.de ist dann natürlich eine eindeutig bessere und knackigere Adresse als sex.de, weil das ist natürlich die Homepage schlechthin mit allem, was zum Thema Unterhaltungselektronik zu tun hat. Und wenn man da mal genauer schaut, wenn ihr mal auf hifi.de geht, also die Seite selber gibt es seit 2002 beziehungsweise dahinter verbirgt sich eigentlich noch ein Megaforum. Und das dürfte den meisten von euch bekannt sein, nämlich das Hifi-Forum. So, das Hifi-Forum ist, würde ich mal ganz klar sagen, und ihr habt es ja auch bestätigt in euren Unterlagen und auch bei euch auf der Seite, das größte Forum zum Thema Unterhaltungselektronik im deutschsprachigen Raum. Da geht schon ganz schön die Post ab. So ist es, ja. Man mag es, man mag es nicht. Da gibt es sehr unterschiedliche emotionale Einstellungen zu, aber auf jeden Fall geht da ordentlich die Post ab auf dem Forum, ne? Jo. Ja, das ist tatsächlich auch eine immer sehr lebendige Diskussionsplattform und wir können auch nur froh sein, dass wir so gute Moderatoren haben, die auch das schaffen, das Ganze wirklich so zu managen, dass es eine Struktur behält, dass Threads, die doppelt laufen, dann zu einem zusammengefasst werden, die aber auch selber oft so technisch versiert sind, dass die von sich aus schon mal auf einen, die eine oder andere Frage eine Antwort geben können oder die Diskussion dann entsprechend managen können. und das HiFi-Forum ist so ein bisschen die Wurzel von unserer Redaktion. Also aus dem, was da online diskutiert wird, kriegen wir natürlich ganz viele Anredungen und auf der anderen Seite wollen wir halt nicht mitdiskutieren, sondern von unserer Seite aus als Redaktion die Themen entsprechend redaktionell bearbeiten, Hintergrundinfos geben, Tests machen. Wir machen übrigens jetzt auch in einem eigenen Labor richtige Tests. Das konnte ich heute Mittag schon sehen. Ich dachte, es wäre ein Hintergrundbild, aber nein, es war tatsächlich so, dass der große Chef in einem Labor gerade saß. Er kam nämlich gerade von einer längeren Reise zurück und hat uns dann mal einen kurzen Blick in das Labor gezeigt. Da kommen wir aber später mal drauf zu, dass wir wirklich mal in den nächsten Wochen, Monaten sollten wir dieses Haus, diesen Kreis mal wieder verlassen dürfen. Haben wir sofort gesagt, dann sehen wir uns mal in seinem Labor und dann schauen wir uns mal an. Also wir halten mal fest, HiFi-Forum ist klar, ist bekannt, sind eine Menge Freiwillige, die die Moderation machen und die machen, die Opfern sehr viel Zeit und Nerven sicherlich auch, um das Ganze da zu moderieren. Und ihr seid aber nicht aktiv im HiFi-Forum tätig, weil dafür habt ihr diese Online-Seite jetzt euch mehr und mehr in den letzten Monaten ausgebaut. Also hifi.de soll ein großes Online-Portal werden, was eine Menge Themen angeht. Dein Schwerpunkt wird welcher sein oder ist welcher jetzt dort bei hifi.de? Ja, im Moment ist mein Schwerpunkt im Wesentlichen die Fernsehgeräte. Ich stelle mich im Moment aber relativ breit auf, weil ich halt mich auch sehr intensiv mit meinen Kollegen austausche und Teil meiner Arbeit ist zum Teil jetzt eben auch ganz normale News-Redaktionen zu machen, das zu gucken, was aktuell an Meldungen reinkommt, zu sichten, einzusortieren, zu veröffentlichen. Ja. Du warst dieses Jahr wo schon bereits, um Fernseher zu sehen? Sag mir mal was, erzähl mal ein bisschen aus deinem, plauder mal ein bisschen. Du hast ja nirgendwo was unterschreiben müssen. Nee, zum Glück nicht. Im Gegenteil. Die wollen ja eigentlich, dass ich darüber rede, was ich da jetzt gesehen habe. Die Jungs, habe ich ja zum Glück jetzt, zum Glück noch alle sehen können. Zurzeit wäre das ja alles nicht mehr möglich. Glücklicherweise fing das ja an mit einer Veranstaltung in Amsterdam, wo Philips sein neues TV-Line-Up präsentiert hat. Philips hat auch in diesem Jahr wieder eine neue Generation OLED-Fernseher, baut die Zusammenarbeit mit Bows & Wilkins im Bereich Audio-Sound bei den Fernsehgeräten weiter aus und hat sich auch noch ein bisschen neue Sachen fürs YouTube-Interface überlegt. Spannend fand ich die Ankündigung, dass Philips auch das Problem OLED-Burn-In in absehbarer Zeit zu 95 Prozent, wie Sie sagen, in den Griff kriegen. Der Chef-Entlickler oder der Technik-Chef Danny Tack war da sehr zuversichtlich und hat spannende Dinge gezeigt, die leider in diesem Jahr, jetzt vielleicht noch nicht kommen werden, aber schwer in der Entwicklung sind. Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil natürlich ist das ein Thema, wenn man mit über OLED redet, kommt natürlich sofort einer um die Ecke und sagt, Moment mal, die brennen doch alle ein. Ja. In der Praxis ist das ja jetzt nicht unbedingt so nachvollziehbar, in der Menge jedenfalls, dass es den Effekt an sich geben kann, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich würde auch sagen, da sind wir uns absolut einig, aber man hat auch eine gewisse Verantwortung als Anwender, wenn man so eine Technik da einsetzt. Es gibt Empfehlungen des Herstellers, unter anderem eben, lass die Dinger im Standby, mach die bitte nicht komplett vom Stuhl. Ah, okay, alles klar. Und lass die mal bitte schön im Standby und muss auch nicht den ganzen Tag auf Dynamik gucken, mit einem Logo nur und solchen Sachen. Ja, ist doch so in die Richtung. Aber die wollen noch eventuell andere Sachen machen, die dann irgendwann mal noch weiter entwickelt werden und kommen würden. Ja, genau so sieht es aus. Ja, ja. Das geht dann über das, was im Moment schon gemacht wird, nochmal softwaremäßig hinaus. Aber ich kann dir nur vollkommen wirklich aus echter Überzeugung zustimmen. Also Praxis in meinem Testlabor. Ich gucke drei Stunden lang Testbilder, die genau denselben viereckigen Bildausschnitt befeuern. Immer volle Möhre, volle Farbe. Und hinterher kann ich, in der Praxis tatsächlich, wenn ich dann nur noch eine graue Fläche aufs Bild gebe, sehen, wo vorher dieses Viereck gewesen ist. Das Ganze ist eine Geschichte, die hält dann vielleicht zwei Stunden oder so am nächsten Tag. Wenn das Ding einmal im Standby gewesen ist, ist das alles wieder komplett clean. Und die Leute, die ich persönlich kenne, die wirkliche Heimkino-Fans sind und ihren OLED-Fernseher im Filmmodus laufen lassen oder vielleicht im entsprechenden HDR-Modus, und denen sagt mir jeder, ey, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Genau wie du sagst, abwechslungsreiche Kost für den Bildschirm, vernünftig eingestellt, Standby und nicht einfach Steckerleiste, Strom abschalten. Dann ist man eigentlich bei OLED aus meiner Sicht safe und hat ein fantastisches Bild, by the way. Okay, wenn wir über Philips kurz sprechen, lass uns mal kurz das Thema Ton ansetzen. Du hast gesagt, die Arbeit mit Bauers und Wilken zusammen, was darf ich mir vorstellen? Die wollen ganz tolle Lautsprecher in ihre superflachen Geräte einbauen oder haben die jetzt ein Set, was da drunter geschraubt wird? Oder wie haben die sich das vorgestellt? Erzähl nochmal da kurz ein bisschen da. Wir haben ja Philips nicht im Programm, muss ich direkt sagen, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Ist ja gar kein Problem. Machen wir doch. Ist doch hier universell heute. Ja, okay. Die Sache mit Reinschrauben oder Runterschrauben, machen Sie beides. Kommt ein bisschen auf die Modellserie an. Das gleiche Konzept haben Sie letztes Jahr schon durchgeführt. Und ich muss jetzt schon sagen, mit Modellnummern... Lassen wir heute. Früher hießen die Dinger Fellini, Garbo und so. Das waren die Projektoren, weißt du? Das waren die besten Namen für Projektoren. Und heute mit X, Y, Z ist dann noch ein R oder ein A oder ein L am Ende. Machst du mich wahnsinnig. Habe ich das gleiche Problem. Also lass uns mal nicht mit den Modellnummern erst anfangen. Das wird nichts werden. Sonst habe ich ihn ja genauso Haare wie du. Von der Farbe her. Also das lassen wir mal lieber. Also ich sage mal, die OLED 800er und 900er, 854, 8 oder 95 irgendwas, die hatten diese Bowers & Wilkins-Lautsprecher, die tatsächlich mit Bowers & Wilkins in Zusammenarbeit designt worden sind. und letztes Jahr gab es noch Beschränkungen, was die Bautiefen angeht, weil einfach vieles vom Gehäusedesign bei Philips eigentlich schon feststand, bevor die Bauers & Wilkins-Lautsprecher da reinkamen. Da musste man halt gucken, dass man mit engem Raum trotzdem halt das Maximum an Sound rausholt. Und einer meiner Lieblingssprüche, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das Original ist, aber der Andy Carr von Bowers & Wilkins hat gesagt, das Motto ist nicht, der Lautsprecher, der das meiste raushaut, ist der Beste, sondern der, der am wenigsten verliert vom besten Klang. Ja, kann man nur mal nachdenken. Hat was Wahres. Ja, ist was Wahres dran. Und dieses Jahr gab es mehr Gestaltungsfreiheit für die Leute von Bowers & Wilkins. Die konnten also mehr Gehäusevolumen zum Beispiel einplanen. Und das Spitzenmodell hat tatsächlich so eine Art Soundbar unter dem Fernseher als separate Baueinheit. Der ist auch dann gleich als Standgerät so mit so einem Fuß konzipiert. Hast du was von den Herstellern, also nehmen wir Philips, dann können wir ja mal weitergehen zu dem nächsten, den du auch besuchen durftest. Bei Philips ist das Thema Dolby Atmos ein Soundbar-System-Thema. Wollen die sowas machen? Haben die sowas vor? Haben die sowas angedeutet? Dolby Atmos ist, glaube ich, quasi Pflichtprogramm, wenn man Dolby Vision unterstützt. Und von daher Ja, nicht unbedingt. Man kann es auch trennen. Es geht ja darum, wie es, ob Sie es wiedergeben können. Aber Sie haben eine Soundbar, wo Sie was mitmachen wollen. Also Sie sehen das schon als eine Einheit, als ein Paket, ja? Da erwischt du mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf dem falschen Fuß. Kein Problem. Muss ich passen? Ich meine ja, aber ich möchte das jetzt nicht beschwören. Okay, dann warten wir mal, was noch kommt. Sag mir mal, du bist dann ja dann weiter marschiert. Ambilight ist immer noch ein Riesenthema, ne? Das ist noch mein Kind. Da kann man Philips mal zu Ende. Also da hat sich aber auch nicht viel geändert. Da ist weiterhin, wenn ich halt gucke, alles grün und gucke ich die, was ich nenne, die Mumie, dann ist alles gelb-braun rund umherum. Da ist nicht viel Neues, oder? Okay, kurzes Update. Und jetzt nicht erst seit diesem Jahr, seit einigen Jahren, wurde das Ambilight-Menü schon deutlich ausgebaut. Also man konnte jetzt in den letzten Jahren schon immer mehr hingehen und das Ambilight so ein bisschen seinem eigenen persönlichen Geschmack anpassen, dass man sagt, okay, ich möchte es dynamischer oder lieber dezenter. Dass es nicht so schnell wechselt vielleicht, oder wie darf ich mir das vorstellen? Je nachdem, wie schnell oder stark es wechselt. Es gibt einen Musikmodus, wo man sagt, okay, ich mache jetzt ein Musikvideo an. Das Ambilight soll sich nach der Musik, nach dem Wumms, nach dem Bass, nach dem Taktik und nicht nach dem, was auf dem Bildschirm passiert. Und was ich persönlich mag, ist, es gibt den Modus, dass man einfach nur neutrales Hintergrund weiß macht. Das dimmen kann, dass man irgendwie so ein dezentes, neutral, Backlight weiß, ohne farbige, ich sehe die schmunzeln. Ja, ich muss schmunzeln, weil du sagst, was ich persönlich mag. Also ich persönlich mag den Ausschalter drücken bei Ambilight. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Also ich kenne auch ehrlicherweise viele, die mir sagen, ja, das habe ich nach einiger Zeit ausgemacht, das geht mir dann doch irgendwie auf den Nerv. Also das mag so am Anfang so ein Rieseneffekt sein und irgendwann kann es auch vielleicht langweilig sein. Also da sage ich ganz ehrlich, da habe ich meine Meinung zu, ich mag es nicht. Ja. Pass mal auf, es gibt, ja bitte. Es ist aber tatsächlich eine irre Bandbreite an, was er ist, ich mag es nicht. Ja, ja, klar. Sehr emotionale Reaktion. Also mein Favorite war immer noch einer meiner ehemaligen Arbeitskollegen, der nun überhaupt nicht aus der Unterhaltungselektronik ist, sondern für eine Zeitschrift, die sich mit Werkzeugen und Heimwerker do-it-yourself beschäftigt. Der Kollege kam irgendwann mal rein und sagt, hör mal, weißt du, was passiert ist, ich habe mal heimlich das Ambilight am Philipsfernseher ausgeschaltet und meine Frau hat gesagt, hör mal, unser Fernseher ist kaputt, das sieht auf einmal alles so komisch aus, ne? Ende, keine Namen. Okay. Es kommt eine Frage zum Thema OLED, 65 Zoll, aktuelle Serie, welche könnt ihr da empfehlen? Eine Soundbar. Die Frage, kann ich bahnen, weil die kannst du bahnen wollen? Ganz offen gesagt hat LG sehr schöne Soundbars im Programm und dann haben sogar Dolby Atmos fähige und ich bin immer wieder überrascht, wir haben es in den letzten Sendungen beziehungsweise Chats, als aber auch schon Videos erwähnt, das ist schon echt beeindruckend, was die da rausholen, aus so einem kleinen, kompakten Ding. Also es gibt ja da unter anderem so ein Demofilmchen, wo dann da die Bälle um einen herumkreisen müssen. Verdammt nochmal, es ist nicht selten, dass Kunden bei uns saßen und dann haben die sich mal umgedreht am Motto, wo hat der denn da noch Lautsprecher versteckt, ne? Also das war schon cool. Also da gibt es diese SL9 und SL10Y. Genau, ja. Ah, ist das ja doch, guck mal, klappt doch noch mit dir mit den Nummern und den Namen und so weiter. Aber es ist wirklich cool und den kannst du ja noch ergänzen mit zwei weiteren Lautsprechern für hinten und dann hast du ja auch nochmal richtig ein OLED holen sollte. Wäre es von der Bildquartier ein Panasonic, sonst würde ich ein Philips wegen dem Ambilight nehmen. So, warte mal eben. Ich muss mal eben gucken, weil mein Kanal geht noch. Ich habe gerade einen Schreck bekommen, der Kanal würde nicht mehr gehen, weil wir hatten ja gestern das technische Problem. So, nochmal zurück. Also, pass auf, wo ist er mal denn, wo ist er mal denn? Jetzt sind wir nämlich rausgeflogen, weil hier haben wir echt gerade einen Stopp gehabt. So, sonst würde ich Philips nehmen mit dem Ambilight. Ja, mal ehrlicherweise, man könnte ja sogar, weil es ja, glaube ich, eine Lösung gibt von Philips selber, gibt es ja so eine Art Ambilight-Variante für einen Fernseher, der nicht Philips heißt, ne? Da gibt es ja so ein Tool, da kann man per HDMI rein und dann kann man da auch so gewisse Farbeffekte haben. Das vielleicht als Tipp von aus der Philips Hue-Serie, H-O-E-Serie. Das kann man mal als Antwort geben. Bin ich froh mit meinem Beamer? Klar, bin aber froh mit meinem Beamer. Das ist auch nachvollziehbar, weil Beamer ist einfach mehr Kino, wenn es um die Größe geht, kann man sagen. Dann haben wir Sony Ultra-Kurzdistanz, hat da jemand, VZ-1000. Ja gut, das ist ja so ein Mischding. Kennst du die eigentlich? Diese Ultra-Kurzdistanz-Dinger. Kennen Ultra-Kurzdistanz-Beamer? Ja, ich kenne welche von LG. Ich habe jetzt... Den Vivo. Den hast du gesehen auf der Messe, auf der Convention. Ja, und ich habe in Berlin den, wie haben die das genannt? Den Laser-TV, nannte BenQ. Warst du da auf der Veranstaltung, die die da während der Berlinale hatten? Ja gut, da haben sie ja in einem ganz frühen Prototypen gezeigt. Genau, die nennen die Laser-TV. Das ist aber ein fieser Name eigentlich, weil so richtig ist das kein Laser-TV. Das waren mehr die Dinger, die früher waren mit Rücken. Ja, aber es ist ein Ultra-Kurzdistanz-Projektor mit einer Lasertechnik und zusammen mit dieser Deckenlichtreduzierenden Leinwand, die wir da hatten, muss ich schon sagen, Hammerbild. Siehst du, und die Dinger haben wir schon. Und zwar kann man die bei uns schon kaufen. Da gibt es drei momentan. Ein VZ1000, das ist der Maybach unter den Ultra-Kurzdistanz, echtes 4K, Laser und alles hat der drin. Dann gibt es dazu den Vivo und es gibt den Optoma. Das sind momentan die drei, dieser sogenannte BenQ. Der kommt erst im Herbst, ist leider ein bisschen dunkel auf dem Papier. Wenn wir mal gucken, dass er auch ausreicht, weil so eine Leinwand schluckt ja auch ein bisschen, aber du kannst die echt bei Tageslicht schon einsetzen. Und es ist ganz deutlich eine Konkurrenz zum klassischen Fernseher. Muss man echt sagen. Keine Spiegelung, nichts dergleichen. Erster Eindruck und Bericht ist bei uns auch auf hi-fi.de zu finden. Echt? Hast du schon auf hi-fi.de gehabt? Ja, ist gepostet, steht unter den News. Muss man jetzt ein bisschen runterscrollen, weil es jetzt nicht die News von gestern ist, aber ist online und kann da gerne ansehen. Okay. Kann man eine Philips Hue eigentlich für eine Leinwand verwenden? Wüsste ich schon. Ich würde es natürlich nicht vor die Leinwand hängen, sondern ich würde es hinter die Leinwand oder um die Leinwand hängen. Dann kann man das machen. Wenn es einem gefällt, warum nicht? Es gibt auch andere, die machen sich andere LED-Schlangen dahin. Jetzt geht es los. Jeder bringt jetzt seinen Fernseher in Stellung und sagt, der hat den besseren. Also Sony AF8 ist auch cool. Das finde ich ja bei Sony ziemlich cool. Konntest du Sony dieses Jahr schon sehen oder waren die noch nicht so weit mit ihrer Roadshow? Leider nicht. Leider nicht sehen. Ist abgeblasen worden, in letzter Sekunde. Ist alles ein bisschen schade jetzt, ja. Okay. Weil bei Sony nutzt man ja diese Vibrationstechnik, wobei das ja keine Vibrationstechnik ist, wo man ja das ganze Panel zum Schwingen bringt, um damit den Ton wieder zu geben, ne? Ja. Bei dem... Ich glaube, bei dem Neuner ist es AF9. Ja, bei den ganz Großen. Genau. Das ist ziemlich cool, oder? Ist ziemlich cool, ja. Ist auch eine Technik, die dieses Verschmelzen von Bild und Ton ziemlich gut rüberbringt. Und was ich auch bis jetzt noch nie sonst gesehen habe, aber vielleicht hast du ja einen Tipp, wo es das sonst noch geben kann. Die Option bei diesem Flaggschiff-Modell von Sony, dass man den Fernseher im Surround-Set als Center einsetzen kann. Ja, gab es von Löwe mal. Okay, ja. Können wir auch drüber sprechen. Eine separate Sendung machen wir über die Geschichte von Löwe. Das stimmt, ja. Die kennst du auch gut. Ja, ja, natürlich. Den Löwe-Sound... Gab es von, oder? Klar, logisch. Warum ist mir das nicht sofort eingefallen? Ja, weil du in den letzten Tagen nicht so viel über Löwe geschrieben hast, leider. Kann sein. Ja, und bei Löwe war es dann ja auch so, da war ja auch der Surround-Decoder mit allen Endstufen im Fernseher drin. Oder du hast dann einen Adapter für die Wireless-Speaker dran gehängt. Hat das B und O nicht auch gehabt? Hat das B und O nicht auch gehabt? Bang und O-Lusten hattet auch sowas, glaube ich, gehabt. Ich glaube, ohne es zu kennen und zu wissen, das ist denen zuzutrauen, ja. Ja, dann lass doch mal weiterschauen. Also, okay. Welche könnt ihr da im Soundparmler gemacht? Welchen hast du jetzt? Je später der Abend umso niveauvoller, glaube ich, die Fragen. Ich habe da schon welche Fragen gesehen. Warte mal eben. Ich habe einen Philips, bin sehr happy, alles gut. Die Soundparmler erwähnt, ob man schon gerne die Filme für die Erwachsenen auch schon mal mit Ambilight gesehen hat. Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Jens, so, was haben wir? Genau, das ist diese Philips Hue Syncbox, so heißt das. Das ist so ein externes Gerät. Philips Hue Syncbox, damit kann ich also Geräte beleuchten. Also, wenn mir das Programm nicht gefällt, gucke ich von mir aus auf den Rand drumherum und dann sehe ich ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht und das lässt sich dann nachrüsten. Genau. So, dann haben wir, Moment, so. Hab mir für den Sommer vorgenommen, mein Wohnzimmer zu renovieren. als TV, Panasonic 1004, BMW Kastentheater, einmal Lautsprecher 5.1. Ja, kann man machen. Gibt schlimmere Kombinationen, würde ich sagen. Ja. Mein 77 Zoll OLED könnte ich mir größer vorstellen. Man könnte LG mit 88 Zoll in Großserie gehen. Das tun sie schon. Das Dumme ist, wir müssen auch größere Portemonnaies im Moment haben, weil die nehmen echt Kohle dafür. So ist das. Ja, der 88 Zoll 8K ist im letzten Jahr schon rausgekommen. Kriege ich dieses Jahr übrigens, by the way, wo ich noch war, bei LG war ich und der 8K Nachfolger wird nochmal ein bisschen cooler als der 88 Zoll vom letzten Jahr. Und, ja gut, also wenn 77 Zoll... Ja, aber da muss ich mal kurz einhaken, weil ich war ja auch auf der Convention. Also, ich habe gesehen, dass sie den bringen als Modell, was an die Wand gehängt werden kann, weil das mit dem ersten, den haben wir ja bei uns stehen, geht das ja nicht. Da ist ja dieser Unterbau, den muss ich ja haben. Aber den neuen, also die ergänzende Ausführung, den kannst du an die Wand hängen. Gibt es eine Ausführung, ein Modell. Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das die kleinere Ausführung in 77 Zoll war. Ja, ich meine, der große wäre auch dabei. Auf jeden Fall ist noch der Prozessor nochmal ein bisschen überarbeitet worden und ist nochmal alles ein bisschen verfeinert worden. Genau, und das Decoding für 8K Streaming ist jetzt on board. Ja, genau so ist es. 8K, Riesenthema. Was meinst du? Ist das etwas, wo wir uns drauf einstellen sollen? Oder du hast, wir hatten heute Mittag kurz einen Test gemacht, ob alles soweit funktioniert. Da hast du mir eine sehr interessante Auflistung gebracht bezüglich der, ich sage mal, der Definition der Hersteller und deren Strategie. Kannst du das nochmal wiederholen? Also, es gibt einen Hersteller, der setzt ganz verschärft auf 8K und geht ganz gezielt in diese Richtung, besonders bei seinen hochwertigen Modellen. Dann gibt es einen Hersteller, der macht 8K nur in seinen größten Modellen, von der Bildschirmdiagonale her. Und dann gibt es einige andere Hersteller, die sagen, wir machen 8K, dann, wenn es wirklich relevant wird. Sollen wir jetzt mal raten, wer wer ist? Also von den ersten beiden da. Sollen wir mal posten? Sollen wir mal gucken, wer wer antwortet? Ja, dann ratet ihr mal. Genau, in 10 Minuten gibt es die Auflösung. Genau, ihr habt ja alle gut zugehört. Dann könnt ihr mal die Namen werfen. Also wer ist der Erste und wer war der Zweite? So, habt mal eine Frage, GrubiTV. Habt eine Dachstrecke, kann ich Auro 3D benutzen? Die kleinste Deckenhöhe ist 1,30 und da steht meine Couch. Das ist etwas schwierig mit 1,30. Ja, der sitzt wahrscheinlich unter der Schrägen. Ja, klar. Der Kopf passt gerade so drunter. Und da ist natürlich Auro ein bisschen schwierig, wenn das auf 1,30 ist, weil ich weiß gar nicht, wo dann die anderen Lautsprecher sind. Muss man sich im Detail mal anschauen. So pauschal würde ich sagen, wird eine enge Nummer. Ja. Hast du Auro schon mal in deinem Leben gehört? Leider bis jetzt nur vor drei Jahren auf einer Presseveranstaltung. Bei Denon? Sound United? Ja, komm rüber. Wir machen mal irgendwas mal. Ich gebe dir unsere Schlüssel, muss alleine rein oder in zwei Meter Abstand vor mir hergehen. Dann machen wir das mal im GrubiKino. Der Vivo ist super, finden wir auch. Laser TV gab es schon bei Schneider. Oh ja, das war eine ganz heiße Nummer. Kanntest du das auch noch? Laser TV von Schneider? Anfang 2000. Ja. Und die Firma Schneider, die so diese riesigen Dinger da hatte von Hi-Fi-Türmen. Die irgendwann mal eigentlich, glaube ich, Möbelbauer war von Hause aus. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja, das ist aber dann schon über 50 Jahre her. Aber kanntest du das Laser TV von denen? Aber leider nie live gesehen. Ich habe es mal live gesehen. Echt? Das war, also für alle, jetzt machen wir wieder ein bisschen historischen Rundgang. Das Ganze war Anfang 2000. Schneider, die hatten damals diese riesen Türme, je nachdem, wie alt ihr seid, haben es eure Eltern gehabt oder ihr habt es selber noch gehabt. Ja, 1000 Watt. Und dann so 2000 Watt im Otto- oder Quelle-Katalog, weißt du? So die riesen Türme, ja. Und dann haben die wirklich überlegt, einen Laserprojektor zu bauen, der mit einem Laserstrahl das Licht auf die, den Laserstrahl so schnell zack, 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 auf diese Leinwand schreibt, dass mein Auge das nicht erkennt, dass das also ein Strahl ist, der so ganz schnell geht. Und somit wurde ein Bild dargestellt. Ja. Das Problem ist aber die eine Farbe von Laser, die man immer noch nicht so einfach hinbekommt. Ich überlege die ganze Zeit, welche das war. Das war die blaue, glaube ich. Da täusche ich mich. Ich meine, ja. Auf jeden Fall war das dann so, dass der Kopf selber, also diese Projektionseinheit, ist relativ klein gewesen. Ich weiß noch, dass die da Zeichnungen machten. Das kam mir mal vor wie im Jahre 3000. Da hatten die so einen kleinen Laserkopf oben an der Decke. Ein Kabel führte dann runter in einen Schrank. Und da war dann so ein Gerät, das hat man dann so von der Größe gehabt, wie das, was man heute an den Straßen sieht, wenn jemand am Ende mit so einem Presslufthammer arbeitet. Weißt du? So groß war dann die Maschine, die dahinter war. Und das haben die uns dann gezeigt. Hatte Uni 2000, 3000 Lumen und wurde dann leider Gottes rechts und links überholt mit jeder LCD-Technik, die auf den Markt kam und die natürlich viel, viel günstiger war. Das Schöne war, man konnte auf einen Ball ein scharfes Bild projizieren. Das ging. Auf eine runde Form. Da musste ich dann leider in einem etwas differenziert geführten Diskussion, um es mal freundlich auszudrücken, mitteilen, dass ich relativ wenig Kunden kenne, die auf Bälle im Wohnzimmer projizieren und ich den wahren Vorteil nicht so sehe, weil die anderen wie immer alle genauso hell sind, nicht so ein Presslufthammergerät hinten im Schrank benötigen und das Bild auch irgendwie besser aussieht. Also Ende vom Lied war, die haben dann immer, ich habe mal unter dem Gericht, nicht viel Staatsknete gekriegt. Und irgendwann war der Laden dann doch zugemacht worden. Also die Idee war gut, aber es war einfach zu viel Fantasie dabei und zu wenig Realität. Das war meine Erfahrung mit Laser-TV von Schneider. Ja, aber Schneider war tatsächlich eine sehr innovative Firma damals. Ja, die hatten gute Leute da. Ja, ich weiß noch, meine Vorgeschichte ist unter anderem, dass ich auch mal richtige Radio- und Fernsehtechniker war und diese Geräte auseinandergeschraubt habe. Du und Schneider waren, glaube ich, bei den Ersten, die komplett digitalisierte Chassis hatten, damals noch mit so 20 Prozessoren in einer Reihe auf dem Mainboard. Das war schon eine spannende Geschichte. Das ist schön, mein Lieber. Ich merke schon, wir werden noch so ein paar Anikdötchen hier erzählen. Oh Gott, das will. So, pass auf. Wir waren kurz weg. Sag dich doch, wir waren anscheinend kurz weg. Das ist schade. Ich hoffe, das hält diesmal etwas länger, aber die Kapazitäten unserer Netze gehen langsam wohl in den roten Bereich. Soundbar für Musik und Filmgenuss mit Airplay 2. Selbst das Flaggschiff, die Ambeo von Sennheiser, bietet nahezu alles, hat kein Airplay. Dabei dürfte das doch in der Preisklasse ein Muss sein. Ja, aber das kann man auch lösen. Ich packe da einfach ein Apple TV dran. Da muss ich ja sowieso, da kann ich doch per HDMI ein Apple TV dran schließen, dann habe ich Airplay, dann habe ich alle Musik dieser Welt und dann kann ich noch vieles mehr machen. Hast du die Ambeo von Sennheiser schon mal selber hören können, auf der IFA oder so? Das ist diese Mega-Soundbar, die auch so ein 3D-Sound bringt. Ich weiß von welchem Gerät du sprichst. Die haben wir bei meinem ehemaligen Verein in Duisburg für eine Woche, glaube ich, zum Testen gehabt und das war leider viel, viel, viel zu knapp. Aber hast du denn mal reinhören können? Fünf Minuten, also zwischen Tür und Tür. Wie war der Eindruck in den fünf Minuten? Das war schon cool. Okay, kann ich bestätigen. Ich hatte sie 15 Minuten gehabt. Einmal als Prototyp hatte ich das letzten Herbst mir anhören dürfen, beziehungsweise ja doch, das gar nicht war, das war das, vor anderthalb Jahren war das sogar, genau, als die Jungs von, das ist eine Entwicklung vielleicht für euch, also die Ambeo-Soundbar von Sennheiser, das ist schon ein mächtiges Schiff, ist entwickelt worden von der Basistechnik am Fraunhofer-Institut. Da sitzen ein paar sehr, sehr fähige Köpfe, wenn es um 3D-Sound geht und die haben diese Algorithmen und das alles entwickelt, haben das dann angeboten für Hersteller von Soundbars, damit die daraus ein finales Produkt bauen und Sennheiser ist eben einer der Ersten, der sagt hat, okay, aus diesem Holz-Dummy bauen wir mal ein richtiges Gerät und dann haben die das also wirklich gut gemacht. Ich finde es offengesagt auch nicht ganz unproblematisch von der Aufstellung. Also man kann es jetzt nicht so frei in den Raum werfen, wie die es so ein bisschen immer wieder manchmal gerne verkaufen. Man muss schon ein bisschen die Rückwände und die Seitenwände ein bisschen berücksichtigen, aber sonst ist es echt beeindruckend. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sennheiser uns für HiFi.de dann auch mal ein Testmuster zur Verfügung stellt. Das wäre schon eine coole Nummer. Ja, also wenn jemand von der Firma Sennheiser hier zuschaut, würde ich mich auch freuen, wenn er sich, nachdem das alles hier vorbei ist, also nicht der heutige Chat, sondern das Ganze, was da draußen gerade stattfindet, dass er sich bei mir meldet. Meine Visitenkarten habt ihr noch seit der IFA. Es kam leider nie ein Anruf. Das muss ich dann doch mal loswerden. Okay, was haben wir denn sonst noch? Warte mal, lass mal. Schneider hat Computer hergestellt, war dann die Firma Schneider war das auch, ne? Ihre Internetverbindung ist instabil, kommt hier gerade. Das ist aber nicht so schlimm. Die haben auch Computer gemacht, ne? Das war der gleiche Laden, ne? Ich glaube schon. So, lass mal gucken. Was haben wir denn sonst noch? So. Man kann, ah, es kommt ein Hinweis, dass man Ambilight mit Raspberry machen kann. Okay. Ja, dann darf auch. Das ist ein bisschen fummelig. Oder gibt es da so finale Lösungen, wo ich echt nur noch bezahlen muss, anstecken und dann geht es los? Oder muss ich da noch eine Nacht verbringen? Das überlasse ich den Jungs, die das selber ausprobieren wollen. Aber es gibt bestimmt Internetseiten, wo man sich informieren kann. Ja, ja, ja. Also ich weiß aus langer Erfahrung, dass es nicht so trivial ist, wie man meinen sollte. Ja, es ist ein tolles Produkt, aber es ist immer auch etwas, was Zeit braucht. Je nachdem. Da gibt es noch nicht so richtig die fertige Lösung, glaube ich. Ich weiß, es kriege ich gleich wieder. Ich glaube, die fertige Lösung ist tatsächlich in den Geräten drin und da funktioniert es mittlerweile wirklich, wirklich sauber. Ja, ja, okay. Das ist was anderes, genau. Also das Original von Philips, da passt einfach das Konzept und es ist einfach über jahrelang Entwicklung immer weiter verbessert worden. Und ja, klar, es ist, du hast keine Wahl. Du musst entweder Philips kaufen oder du hast es nicht. Ich habe es nicht. Okay, weiter geht es. Zwischenbildberechnung von LG ist schrecklich. Lauter Artefakte zum Beispiel bei Fußball kann ich definitiv nicht behaupten. Fußball ist, hier kommt ein Hinweis, die Zwischenbildberechnung, das heißt, dass also so dieses leichte Ja, ja, ja. Hier brauche ich es ja nicht erklären, aber alle die, die zuschauen, der sagt, also das ist schrecklich. Lauter Artefakte zum Beispiel bei Fußball kann ich als pauschale Behauptung definitiv nicht bestätigen. Muss man auch differenzierter sehen, weil gerade Fußball, bei den geraden Unterkanälen von Sky ist, das ist schlecht. Das muss man ganz klar sagen in der Qualität, was da manchmal uns zugemutet wird. Also an der Stelle muss ich auch sagen, da müsste man tatsächlich mal auch sich den Einzelfall angucken. Zum Beispiel auch, wie ist das mit der Empfangsanlage? Hat er wirklich ein sauberes Signal in seiner Wohnung oder kommt da schon nicht ganz hundertprozentig das an, was vielleicht vom Sender kommen sollte? Ja, aber Moment mal, digitales Signal ist digitales Signal. Da kann er doch keine Komprimierung zusätzlich bekommen, oder was meinst du? Da hat vielleicht noch zusätzliche Störungen im Bild drin, oder was? Ja. Genau, also digital ist zwar normalerweise an und aus, geht oder geht nicht, aber inzwischen gibt es immer noch diesen Bereich, wo zum Beispiel der Tune oder die Elektronik im Fernseher eine Bitfehlerrate, die gerade so noch reicht, komplett ausbügelt. Da siehst du nichts davon. In dem Moment, wo mehr Bildinformation gefordert ist, zum Beispiel beim Fußball schnelle Bewegung, schnelle Schwenkse, muss sowieso schon mehr am Bild gerechnet werden, dass dann irgendwann dann wirklich krasse Klötzchen ins Bild kommen, die also mit so ein bisschen Halo-Artefakt schon nichts mehr zu tun haben. So ein Bild würde ich am liebsten live angucken und sagen, okay, zeig mir, was dein Problem ist und dann gucken wir mal, was wirklich die Ursache davon ist. Okay. Ansonsten würde ich nämlich sagen, so pauschal kann man das nicht behaupten. Pauschal würde ich das auch nicht sagen. Mit Berechnungen machen die ziemlich gut, würde ich auch sagen, je nachdem, welches Modell das natürlich auch ist. Natürlich. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, was für ein Prozessor drin ist und so weiter. Mhm. Ja. Gibt es für Disney Plus App, yo, alles ist im Disney-Fieber, alles mag den kleinen Yoda. Gestern Abend konnte ihn jeder mehr oder weniger für lau gucken, wenn er es noch nicht schon bereits gesehen hat, weil die amerikanische Version, die taucht ja auch hier auf diversesten Kanälen auf, hat ja schon eine deutsche Synchro gehabt, aber Disney Plus startet in den nächsten Stunden. Hast du gestern den kleinen Yoda auch gesehen? War der nicht süß? Weißt du, von was ich überhaupt spreche mit dem kleinen Yoda? Überhaupt gar nicht. Weißt du, was ich die letzten drei Tage gemacht habe? Nein. News-Meldungen über Disney Plus und Vorankündigungen. Und die haben das sowas von unter der Decke gehalten, also das muss man ihnen ja lassen. Die haben ja im Vorfeld, normalerweise kannst du ja das Merchandise, also die Puppen schon bevor der Film kommt, kaufen. In dem Fall haben die echt sich sowas von, das haben die jetzt so geheim gehalten. Also ich spoiler jetzt wie wild, aber bitte, es war ja auch gestern schon offiziell im Fernsehen und langsam müsste es der Letzte gewusst haben, dass es den kleinen Yoda auch nochmal eine Nummer kleiner gibt. Und dann taucht eben dieser kleine Yoda auf, wobei der Knaller ist der Kinderwagen, ja. Also ich glaube, die fragen jetzt alle an, ob es den Kinderwagen wirklich gibt. Der erinnert mich so ein bisschen an diesem, ja weißt du warum? Das ist ein Kinderwagen ohne Räder, der schwebt dir hinterher. Das ist so eine Halbschale, weißt du? Und dann schwebt der hinter dir her, vor dir her, das ist so geil das Ding und dann geht der so vorne auch zu und das ist so ein bisschen wie dieses Skateboard aus Zurück in die Zukunft, wo die auch alle sagen, kann ich das auch haben ohne Räder, ja. Und ich glaube, die haben ja jahrelang jetzt gebraucht und mittlerweile gibt es ja so eine Lösung so mit Magnet und Platter unten drunter, dass du ein bisschen schweben kannst. Also ich bin gespannt, wann der Kinderwagen auf den Markt kommt. Der sieht auf jeden Fall geil aus. Ist eine schöne Serie, Mandalorian heißt sie. The Mandalorian. Wenn du also fertig bist mit dem Schreiben und du wieder Zeit hast, solltest du dir mal antun. Die ist wirklich cool geworden. Cooles Ding. Also wir werden über Disney Plus demnächst berichten. Die Frage, die jetzt der Grund für meinen leichten Schwenker nach rechts und der links war, ist Disney Plus App. Ich weiß gar nicht, im Moment habe ich echt den Überblick verloren. Ich weiß nicht, ob das auf der Seite von Disney selber steht. Wer kriegt denn jetzt eine App im Fernseher, sodass ich nicht mit einem separaten Gerät wie Apple TV oder so arbeiten muss, um auf Disney Plus zuzugreifen? Ist dir da schon was in deinen riesen, in der ganzen Vielzahl von Meldungen noch in Erinnerung geblieben, dass die auch mal gesagt haben, wie man das empfangen kann? Tatsächlich. Achso, kannst du ja mal für morgen recherchieren. Ich wollte gerade sagen, also das halten wir mal frei, dass das, ja, ich bin mir sicher, dass nicht nur einer, sondern zwei oder auch drei führende Hersteller große Marken gesagt haben und dann kommen wir natürlich auch mit Disney Plus App. Also Apple TV 4K kann es, da ist die App zu installieren und das läuft auch ziemlich gut und alles Weitere, ich werde auch einen Bericht machen, wenn ich demnächst wieder noch was filmen darf und kann, das werde ich auch tun, dass wir mal kurz über Disney Plus reden, wie es funktioniert, was man da so machen kann. Die werden current Dolby Atmos in Deutsch wohl bringen. Das ist wieder ein Grund mehr. Am Donnerstag, das wird am Donnerstag wird das richtig cool mit den Jungs von Dolby. Ich sage euch das jetzt schon mal, Donnerstagabend gegen 20 Uhr. Ich hoffe, Internetleitung, alles bleibt stabil. Da habe ich zwei Gesprächspartner von Dolby in Deutschland und die können natürlich nichts dafür, aber wir müssen darüber einfach mal reden. Was ist denn mit ihren Kunden? Warum die denn da teilweise so komisch mit ihrem tollen Produkt umgehen und manche Sachen machen und manche andere Sachen eben nicht machen? Ja, wo ich an der Stelle auch noch gespannt bin, ist die Fernsehersteller, die das jetzt angekündigt haben. Ja. Wenn die das jetzt nur in den neuen Geräten machen, müssen wir jetzt echt mal erst zu dir kommen, einen neuen Fernseher kaufen, um dann die App im Fernseher zu haben oder wird es vielleicht dann auch ein Upgrade für 2019er Modelle im App Store bei den ein oder anderen Herstellern? Na, das ist ja schon deine erste Aufgabe morgen. Na klar. Zum Recherchieren. Also guckt morgen auf Seite oder in den nächsten Tagen mal auf HIFID. Er wird mal einen Bericht schreiben, wie das mit den ganzen Fernsehmodellen und Disney Plus aussieht. Okay? So. Ja, das mit der schwingenden Fernsehfläche hat den Effekt wie ein Center-Lautsprecher hinter einer akustischen Leinwand. Ich würde sagen, man kann es nicht sehen. Also ich habe noch nie was gesehen, dass da was geschwungen ist. Aus jedenfalls meinem Sitzabstand, dass da irgendwas vibrierte. Das war nochmal so ein Nachsatz zu unserer Sony-Diskussion mit dem Fernseher und dem OLED. Das gilt übrigens auch für normalerweise eine akustische Leinwand. Da kann ich auch nicht wirklich sehen, dass da was schwingt, wenn da Lautsprecher dahinter sind. Standard-Lasertiv habe ich auch einen Stahlstil, Projektor und die sind liegen im Lampenersatz. Der Schneiderlaser hat das Bild mit dem Laserstahlzeile für Zeile erzeugt. Genauso habe ich es auch vorhin versucht zu erklären. Genau das ist es. Größter Unterschied zwischen OLED und QLED. Also mein Akku ist voll, wir haben eine gute Internetleitung. Willst du es mal kurz probieren? Ja, der größte Unterschied ist, dass es wirklich komplett zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Wir haben... Aber das bringt uns noch nicht wirklich weiter. Nee, klar. Fangen wir mal mit dem OLED an. Der OLED hat Pixel, die aus sich selber heraus leuchten. Das heißt, jedes einzelne Pixel erzeugt aus eigener Kraft Licht. Ähnliches Prinzip hatten die Plasma-Fernseher früher, die ist jetzt nun gar nicht mehr auf dem Markt zu kaufen gibt. Und wir haben auch im Bereich OLED nur einen Display-Hersteller. Das ist LG-Display. Der stellt für alle Hersteller Displays her. Aber auch mittlerweile da kann man nicht sagen, dass es alles exakt dieselben sind. Da gibt es dann zum Beispiel bei Panasonic noch ein speziell modifiziertes Display, wo Panasonic noch mal ein bisschen tunet, damit noch mehr Licht aus dem Panel rauskommt. So, im Vergleich zu QLED, da haben wir im Prinzip erstmal als Basis einen LCD-Bildschirm mit einem LED-Backlight. Zusätzlich zu dem normalen Backlight gibt es im QLED Darf ich kurz einhaken? Backlight für den Laien heißt? Ah, die Hintergrundbeleuchtung, die den Bildschirm SL macht, die das Licht produziert im LCD-Bildschirm, also im normalen Flachbildschirm. Über die gesamte Fläche kleine LED-Lämmchen, nicht im Randbereich nur. Genau. Wobei es auch natürlich die Möglichkeit gibt, dass nur im Randbereich läuft. Und das nennt sich dann auch bei der Firma Samsung QLED? Müsste es in dieses Jahr zum Beispiel auch geben. Ja, und dann kommt aber als besondere Zutat eine Schicht mit Quantum-Dots dazu. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Quantum-Dots sind Nanopartikel, irre winzig kleine Partikel, die von dem Licht, was sowieso den Bildschirm hell macht, einen Teil aufnehmen und aus diesem Licht, was sie aufnehmen, die Energie wiederum umwandeln, um zusätzliches Licht zu produzieren. Und zwar in ganz reinen, sehr präzisen Farben. Also du kriegst ein sehr reines Rot damit produziert, du kriegst ein sehr reines Grün produziert. Blau ist in dem Zusammenhang nicht so wichtig, weil das eigentlich aus dem Backlight schon sehr fokussiert rauskommt. Damit haben wir aber Rotes, Grünes und Blaues Licht und das sind genau die drei Grundfarben, aus denen sich das Fernsehbild zusammensetzt. Die Dosierung von diesen drei Farben macht jede Farbschattierung, die der Fernseher darstellen kann, sodass wir dann mit dem Quantum Dots erreichen, dass ein normaler LCD-Fernseher reinere Farben, ein breiteres Farbspektrum und eine größere Leuchtkraft erzielen kann. Wie machen Sie es mit dem Schwarzwert? Ist der Schwarzwert dann dadurch etwas problematischer oder müssen Sie dann nochmal das Thema Schwarzwert auch nochmal separat angehen? Weil Sie müssen ja dann dafür sorgen, dass das Licht nicht hindurch geht. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen wird in den hochwertigen Samsung-Modellen das Backlight vollflächig mit ganz vielen Hunderten von kleinen LEDs ausgekleidet. die werden die werden dann wiederum einzeln oder in kleinen Gruppen gedimmt. Da, wo es richtig schwarz werden soll, wird das Hintergrundlicht, was hinten im Bildschirm leuchtet, sehr weit runtergefahren, sodass von vorne wirklich nur das schwarz übrig bleibt. An den Stellen, wo es richtig knallhell werden muss, kann dann auch in diesem Bereich ein sehr helles Licht produziert werden, sodass man also diesen Kontrast zwischen hell und dunkel im Bild bei den QLED-Geräten auch sehr gut dargestellt bekommt, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass die QLEDs dadurch insgesamt eine sehr hohe Spitzenhelligkeit über die komplette ganze Bildfläche darstellen können. An dem Punkt sind sie den OLEDs technisch überlegen, weil ein OLED-Fernseher, wenn es großflächig sehr hell werden soll, mit der Gesamthelligkeit etwas runtergehen muss, dafür kann der OLED wiederum jedes einzelne Pixel haarscharf nebeneinander schwarz oder weiß machen und da hat man jetzt wirklich die Möglichkeit sich zu entscheiden, was braucht man? Leute, die zum Beispiel in einem dunklen Heimkino sitzen oder nur eine richtige Kino-Atmosphäre bevorzugen, die werden da mit dem OLED super klarkommen, weil die halt dieses natürlich absolut tiefe schwarz haben, diese punktgenauen Kontraste und gar nicht so eine Wahnsinns Spitzenhelligkeit unbedingt brauchen. Jemand, der zum Beispiel jetzt mehr in einer hellen Umgebung unterwegs ist mit seinem Fernseher, für den lohnt sich dann das unter dem Aspekt auf Coolet vielleicht zu gehen. Wenn wir jetzt noch mal kurz gucken, du hast das gerade genannt, Coolet nennt sich das, das sind diese Nanopartikel, die Jungs von LG bieten ja auch sogenannte Nano-LCDs an, ist doch dann vom Grundprinzip vergleichbar, nur dass sie unterschiedlichen Namen haben, oder? Vom Grundprinzip ja. Wir werben damit, und man sieht es ja auch, wirklich extreme Leuchtkraft, wahnsinnig hell die Dinger, und ich bin immer wieder beeindruckt, auch über den Schwarzwert, den die Teile erzeugen. Ja, was ich noch nie gesehen habe, ist, dass tatsächlich das Wort QuantumDot irgendwo bei einem Nano-Cell-Fernseher auftaucht. Nee, das gibt es ja anscheinend nicht, anscheinend sind das ja zwei Begriffe, die jeweils sich die einen und die anderen da wahrscheinlich haben schützen lassen, kann das sein, oder rede ich jetzt total im Blödsinn? Nee, QuantumDots sind so nicht geschützt, auch das QLED, ich glaube, korrekt müsste man eigentlich QLED mit vier einzelnen Buchstaben aussprechen. Aber das sieht ja nicht so aus wie OLED. Genau. Oh, was sind wir wieder freundlich heute Abend. Okay, also Scherz beiseite, ich selber habe schon, wenn ich mich recht erinnere, das Farbspektrum von NanoCell, von LG und Samsung QLED oder QLED Fernsehern gemessen und das Farbspektrum, was ich dann messen konnte, war sich schon so ähnlich, dass ich sagen muss, da muss schon eine sehr verwandte Technik eigentlich hinterstecken. Insofern bin ich da schon bei dir. Ich habe leider noch keinen Bildschirm so weit auseinander zersägen dürfen, um das wirklich dann im Detail nachzuprüfen. Lass dir doch mal einen Transportschaden liefern. Soll es ja geben. Okay. Warum gibt es im OLED-Bereich so große Preisunterschiede, besonders die Vorgeneration fällt ja regelmäßig erheblich. Ja, das wundern wir uns auch manchmal, dafür weiß man, wie viel Euro die da Zeug herstellen. Aber schlussendlich geht es denen ja auch allen nicht besonders gut in der Szene. Das muss man ja auch mal festhalten. Ist ja so, leider. So, was haben wir denn sonst noch? Was haltet ihr von Leuten, die sich von euch beraten, am Amazon 30% günstiger kaufen? Ist das nicht frech? Also von uns 30% günstiger kaufen, das ist jetzt sehr provozierend, das ist selten bis gar nicht der Fall. Ganz nebenbei und ist aber ein spezielles anderes Thema mal. Das ist also schon eine böse Unterstellung mal wieder hier, Herr Meiser. So, bei QLED ist Bildquart besser, das war's. Na wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Ich für meinen Teil finde OLED besser und jetzt geht's los. Der Kampf möge beginnen. Also die Fans beider Technologien zeigen sich hier sehr, sehr, sehr fokussiert und sehr selbstbewusst für ihre eigene Technik. Leute in Offline-Vertrieb nicht zu schätzen wissen, tun mir leid, waren wohl nicht bei Grubi. Okay, jetzt geht's dann auch da weiter. Ich finde 8K TV, sollten eine DisplayPort-Schnittstelle haben. Ich trau dem HDMI 2.1 nicht aufgrund der immensen Leistung, die verarbeitet werden soll. Ja, die Diskussion gibt's auch schon seit längerem, immer wieder mal. Es gibt ja so einen DisplayPort, der eine oder andere kennt das an seinem Rechner und ist ja eine Schnittstelle, die ja A, ist die super stabil, die hakt sich ein, die ist mechanisch, ist die schon ein Traum, weil dieser Schrott, den man da als HDMI-Schnittstelle immer noch bezeichnet, der ist ja wirklich weiterhin echt übel und ich weiß, als damals 2.1 hieß, haben alle um Jottes Willen, wie sollen wir das denn hinbekommen, mit dieser Schnittstelle, diese Datenmengen demnächst zu übertragen und diese DisplayPort-Schnittstelle, das ist also der Stecker, der einrastet, mechanisch also schon besser ist, der könnte ja eine Menge Bandbreite, aber irgendwie hat der Herr DisplayPort sich nicht durchsetzen können, oder? Ja, das ist leider so. Ich erinnere mich noch an einen, was war denn das, war das schon 4K-Fernseher? Ich glaube schon, tatsächlich mit einer DisplayPort-Schnittstelle und ich habe auch schon mal mit einem Gaming-PC zu tun gehabt, der hat, glaube ich, sogar einen Dual-DisplayPort-Ausgang gehabt auf seiner Mega-Grafikkarte oder es waren zwei Grafikkarten, aber da konnte man Datenraten mitschaufeln und Wandbreiten produzieren, dass es ein Traum war und es war einfach super stabil und robust und ein bisschen schade, finde ich das. Ja, aber es wird auch nicht absehbarer Zeit irgendwas mal passieren, die sind weg, ne? Also DisplayPort gibt es, aber nie in dem Konsumerbereich, da werden sie nie Einzug bekommen. Ne, so im Profibereich oder ich glaube Automotive sind teilweise noch. Genau, da sind sie auch teilweise bei. Sag mal, wir hatten gestern das schon gehabt, das war das Stichwort mit den 8K-Geräten, wer war der Erste oder wer hat es erfunden? Ich weiß, dass ich vor zwei Jahren ein 8K-Gerät, das war der Einzige, von Sharp gesehen hatte. Ich meine mit, das war glaube ich sogar der Erste, ich bin mir nicht ganz sicher. Das wird auch hier gerade auch mit beschrieben. Es gibt ja noch eine böse Diskussion, die da in Korea stattfindet zwischen der Definition, wie definiert man 8K in der Auflösung und zwar zwischen Samsung und LG. Die haben sich da ja richtig in die Wolle gekriegt, weil sie beim Nachzählen meinen, festgestellt zu haben, der eine hat die 8K und der andere hat sie nicht wirklich und dann ging das los mit Zertifizierungen, was für eine Anforderung muss ich haben, damit ich das Logo tragen kann und jetzt hat plötzlich jeder seine eigene Zertifizierung irgendwie und der Kunde sieht immer nur die Zahl 8 und weiß gar nicht so richtig, warum da vielleicht doch ein Unterschied ist. Wärst du in der Lage, das zu erklären, weil ich weiß, auf der IFA war das letztes Jahr ein großes Thema, da haben die Jungs bei LG mit so einem Mikroskop-Kamera mal ihr Panel gezeigt mit der Pixel-Anordnung und das von Samsung, denn das war definitiv ein Samsung, auch wenn es nicht drauf stand und dann haben sie gesagt, guck mal, die Pixel sehen aber ganz anders aus, irgendwie muss man die anders zählen. Ich versuch's mal mit einfachen Worten. Ja, ist kompliziert, ne? Ich sag mal, es ist wirklich eine wahnsinns komplizierte Geschichte und das ist auch ein Thema, was man jetzt nicht so mal eben in zwei Minuten abhandeln kann. Aber du hast, die ganze Nacht hast du. Ne, wir gucken mal, dass wir es in drei hinkriegen. Versuch mal. Ja, also ich versuch mal kurz. Ja, es geht bei der Diskussion im Kern darum, dass ein Mindestmaß an Kontrast zwischen zwei benachbarten Pixeln da sein sollte, damit das wirklich als Auflösung gewertet werden kann. Also im Idealfall wäre es so, dass man auf einem 8K-Fernseher die Hälfte aller Pixel komplett schwarz machen kann, die andere Hälfte der Pixel komplett weiß und das bitte schön direkt nebeneinander und schachbrettmäßig. Ah, wechselnd. Ja. Wie dein Hemd. Wie dein Hemd, sag ich gerade. So ähnlich, ja. Doch, so in der Art, ja. Das Problem ist, bei allen Geräten, die mit Flüssigkristallen arbeiten und irgendwie Backlight regeln müssen, dass es da dann eine Grenze gibt und es gibt eine Definition, die sagt, pass mal auf, wenn du ein knalleweißes Pixel darstellen kannst und daneben ein dunkelgraues Pixel, dann gilt das schon. Das muss nicht komplett voll weiß und voll schwarz sein. Die Auflösung ist schon da, wenn du bis zu 50% grau im Nachbarpixel als Differenzierung hast. So, und da streiten sich so ein bisschen auch die Normen und die Standards und wie man das misst und wie man das ermittelt. Und ich komme jetzt mal ein bisschen aus der Praxisecke. Also das 8K-Pixel, was komplett nebeneinander schwarz und weiße Pixel darstellt, in lupenreiner, feiner Auflösung. Da musst du auch mit der Lupe rangehen, um das dann als schwarz und weiße Pixel wahrzunehmen. Ansonsten siehst du aus geschätzten zwei Metern Entfernung auf diesem Display eine graue Fläche. Die siehst du auf dem anderen Display genauso, wenn sie gleich hell eingestellt sind. Spannend wird es dann noch mal, wenn bestimmte Bildinhalte auf diese Auflösung skaliert werden müssen und zum Beispiel in relativ dunklen Szenen gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, um einen ganz dunklen Farbton darzustellen, nutzen wir von unseren 8K-Pixeln nur einen Teil der Subpixel, die da gerade zur Verfügung stehen. Weil für ein kaum noch sichtbares dunkelgrün oder sowas müssen wir nicht versuchen, 20 Pixel dunkelgrün zu machen. Dann machen wir als Workaround lieber ein schwarzes Pixel und daneben ein dunkelgrünes Pixel. Macht dann über die optische Mischung, die sowieso beim Sehen entsteht, dann trotzdem einen sehr schönen dunkelgrünen See-Eindruck. Also es hat ein bisschen was mit Theorie und Praxis und auch mit Messmethoden zu tun. Ja, ich möchte da jetzt nicht Richter sein, ehrlich gesagt. Nee, das geht da ziemlich heiß her. Aber wahrscheinlich haben die nicht umsonst diese Kamera da vorne drauf geklebt, damit man es überhaupt sehen kann. Das ist so ein bisschen der Punkt, ja. Genau. Also wir sprechen die ganze Zeit mit Herbert Biskes, er arbeitet bei hyfi.de, ist ein erfahrener Fachmann im Bereich Unterhaltungselektronik, Schwerpunkt ist seit langem schon das Thema Fernsehen, deshalb reden wir da gerade sehr ausführlich drüber. Und er hat mir sehr gut erklärt, was ich jetzt hier in Zukunft beachten sollte bei dem Thema 8K. So, wird Samsung The Wall irgendwann mal die Fernseher und Beamer ersetzen? Ich würde sagen, ja. Ob es jetzt The Wall ist, aber die Technologie an sich, die ist schon ziemlich heiß. Oder? Heiß ist aber ein gutes Stichwort an der Stelle. Ja, die ist sehr heiß im wahrsten Sinne, das habe ich mal wieder festgestellt. Ja, das stimmt. Würde ich da jetzt auch gar nicht so jubeln zustimmen. Richtig? Ja, wer weiß. Also, ich sage mal so, unterm Strich ist auch der Energiebedarf von so einer Wand, der ist schon enorm. Darf Greta nichts von wissen? Gibt es Ärger? Ne, das ist schon nicht wirklich grün. Die machen da ein neues Logo für. Ja, aber ich finde die Technik an sich doch sehr reizvoll, oder? Ja. Abgesehen davon, wir sind am Anfang. Weißt du, wenn ich überlege, wie vor 80, 90 Jahren der erste Fernseher aussah, das war natürlich auch etwas, wo man nicht wusste, dass das Ding mal irgendwann flach sein würde. Da hätte auch jeder sagen können, mein Gott, es hat eine klobige Kiste, dann stellt sich doch keiner ins Wohnzimmer rein. Aber die Technik, so eine Art Tapete zu haben, an die Wand zu kleben, das Ding zu vergrößern, indem man da so Kacheln kauft, die zusammensteckt und man baut sich das größere Bild, das ist doch so unrealistisch nicht, weil ARB funktioniert es schon. Ja. Bild ist der Hammer. Ja, definitiv. Mandalorian benutzt das sogar als Trick, weißt du das? Ernsthaft, kein Scherz, weißt du das? Nee. Bei The Mandalorian, also für alle die, die jetzt auch so ein bisschen für das Thema Spezialeffekte und so weiter sich interessieren, bei The Mandalorian sind die nicht dauernd durch blaue, grüne Wände rumgelaufen und dann wurde das dann so reingestanzt, die Wüste, das Raumschiff und so weiter, sondern die haben wirklich eine gewaltige Mikro-LED-Wand aufgebaut und haben dann dort ein Realbilder, also diese Computerbilder da rein montiert, die Kamera nimmt das von vorne auf und das ist dann so, dass die die Hintergründe mit dem Computer von der Perspektive anpassen und du hast nicht gesehen, dass der vor einer, ich sag mal in dem Fall Hintergrundprojektion lang gelaufen ist, das siehst du nicht. Ist nicht so wie früher mit, weiß nicht, Humphrey Bogart im Auto und hinten da so eine unscharfe Straße und der macht immer den hier. Also es ist der Hammer und das ist bei Mandalorian sehr, sehr häufig benutzt worden. Das ist wirklich irre. Cool. Also ich glaube schon sehr daran, dass das eine Sache wird, aber es wird nicht morgen übermorgen kommen, das wird noch sehr lange dauern, aber es ist von der Technik, jeder, der die mal gesehen hat, der sitzt da nur und sagt, das ist ja der Wahnsinn, das sieht aus, als ob ich da nicht stehe oder so. Wirklich toll, oder? Ja, klar. Bei der Gelegenheit kommt mir gerade Dual-LCD in den Kopf, auch eine Technik. Was? Dual-LCD? Ja. Erklär mal. Ist im Moment auf der letzten IFA, glaube ich, von Panasonic vorgestellt worden. Gibt es auch, soweit ich weiß, im Profibereich. Ah ja, ich weiß, erzähl. Erzähl. Da ist im Prinzip zwei Flüssig-Kristall-Bildschirme, zwei LCD-Bildschirme voreinander. Der eine macht nur ein Schwarz-Weiß-Bild, sorgt dafür, dass alle Kontraste und Helligkeiten genauso sind, wie sie gebraucht werden und der zweite ist nur für Farbe und im Prinzip für einen riesigen Farbraum, der alle Ultra-HD-Spezifikationen, HDR-Spezifikationen abdeckt, zuständig. Ein Hammer-Bild, was wirklich eine sensationelle Bildqualität bietet, zwei kleine Nachteile hat. Der eine kleine Nachteil ist, das Ding ist so fett. Ja, okay. Und der andere? Der andere ist, er braucht so viel Strom. Echt? Ja, weil das verdammt viel Helligkeit und damit Strombedarf braucht, um das Licht durch zwei komplette LCD-Displays nach vorne durchzubringen und dann immer noch richtig, richtig hell zu sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der für eine Spitzenhelligkeit hat, aber ich denke mal, das wäre ein Mindest. Also der ist schon ordentlicher Scheinwerfer als Hintergrundbeleuchtung drin, willst du mir damit sagen? Yes. Und der braucht auch richtig, richtig Saft. Okay, gut. Also was haben wir denn? Über was haben wir noch gar nicht gesprochen? Über was haben wir noch nicht gesprochen? Über den Preis? Ja, ja, das kostet dann ja auch locker fünf Stunden. Das Ding ist auch noch nicht fertig, oder? Kommt ja schon. Nein, der ist überhaupt nicht als Konsummonitor, der ist als Referenzmonitor für Studioproduktion, wenn dann überhaupt irgendwie. Okay, Herbert, wir haben schon 61 Minuten rum, das ging wie im Fluge und wir haben noch knapp 60 Minuten vor uns, weil wir haben uns entschieden, wir wollen immer 20 Minuten, Quatsch, zwei Stunden machen und dann sind wir also noch gut dabei, denke ich mal. Gelle? So, was haben wir denn noch? Machen wir mal weiter. SL10Y, ob wir die mit Rücklautsprecher im Programm haben, haben wir im Programm, kannst du uns gerne mal anschreiben oder anrufen, können wir dir gerne was zu sagen. So, der andere meint auch, das dauert noch zehn bis fünf Jahren. Welches Bier trinkt ihr am liebsten? Martin Joost Möller. Der Herr Martin Joost Möller, den kennst du da auch. Was will der denn wissen, welches Bier wir am liebsten trinken? Hast du da ein Bier oder ist das Tee, was du da trinkst? Na, ich trinke jetzt gerade ein Bier und das ist jetzt das, was gerade da ist. Also das Bier, was ich am liebsten trinke, ist das, was gerade da ist. Ganz einfach. Das sah jetzt aber sehr nach einem trüben Bier aus. Was ist denn das? Ich bin ja auch so ein Fan von so Spezialbieren. Ein Kellerbier. Ein Kellerbier. Okay, ich trinke gerne ab und zu mal Bolten. Bolten, Bolten. Wenn die jetzt wüssten, dass ich in einer Brauerei, komm, die Anekdote haue ich auch noch raus. Ich erzähle so viele Sachen in den letzten Tagen schon. Ich habe ja meinen Job in einer Brauerei gelernt, in einer Hannenbrauerei. Vielleicht kennt ihr alle noch Hannen Alt. Da habe ich meinen Kaufmann gemacht. Da bin ich groß geworden mit Malzbier. Weißt du, warum ich mit Malzbier da groß geworden bin? Ich bin total geflasht gerade, weil Hannenbrauerei, da habe ich auch eine Verbindung zu. Ja, also ich habe bei der Hannenbrauerei als Industriekaufmann meine Ausbildung gemacht. Drei Jahre, Anfang der 80er Jahre. Ist wirklich kein Scherz. Wir sind dann umgezogen nach Mönchengladbach. Mussten ja da alle die Türen abschließen. Und da war, naja, wenn man, ich war in dem Fall 16 Jahre jung, ja, 16 Jahre. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Keine 10 Jahre studiert, keine 5 Jahre irgendwie die Welt erkundet, sondern mit 16 in den Beruf rein. Und habe dann, weil man ja, man kriegt da Haustrunk. Wenn du bei einer Brauerei arbeitest, kriegst du Haustrunk, ja. Und da wirst du spätestens zum Alkoholiker, wenn du dich nicht im Griff hast. Weil du kriegst 5 Kästen Bier im Monat, ja. Plus Fassbier, plus Bier für einen halben Preis, plus weiß ich was alles. Und ich habe 5 Kästen Malzbier bekommen. Das war hart. Wobei ich zu dem Zeitpunkt noch kein Bier getrunken habe. Aber das waren schöne Zeiten, werde ich nie vergessen. Und grüße alle Hannen-Fans. Das war eine tolle Zeit. War wirklich toll. Also. Wurde das Schneider Laser-Patent nicht an Sony verkauft? Ja, da gab es mal Gerüchte, glaube ich, dass Schneider das an Sony verkauft hätte. Aber Sony selber hat es nie in dieser Art und rausgebracht. So. Welcher Lautsprecher ist Ihrer Meinung nach der Beste auf dem Markt? Vielleicht die Gauda-Akustik, die in Allzeitschrift die Nummer 1 belegt, um J das Willen. Okay. Aber für den Chat-Teilnehmer habe ich doch einen Tipp. Guckt mal auf hyfi.de. Da haben wir gerade die hyfi.de Awards gepostet. Da hat unsere Hyfi-Forum-Community aus gefühlten 1000 Produkten ihre Favoriten gewählt. Und wir haben die ein bisschen kategorisiert und in Qualitäts- und Preisklassen eingeteilt. Da gibt es die besten Lautsprecher für 1000 Euro, die besten Lautsprecher für ich weiß nicht welchen Preis. Ja, guckt da mal rein. Okay. Ich merke, die sind schon eine Stunde weiter, was die Fragen angeht und was die Kommentare angeht. Vielleicht macht ihr langsam Schluss, weil wir müssen die noch irgendwie alle der Reihe nach mal eben abarbeiten. Das mit dem Award war ein sehr guter Hinweis. Das ist sehr spannend. Da kommt einiges. Da kommt ein Hinweis, wir wollen nicht mehr Pixel, wir wollen schönere Pixel haben. Genau, das wollen wir auch haben. Jetzt haben wir noch bester Lautsprecher. Da schreibt einer Dali. Wunderbar. Großer Dänemark. Da ist jemand glücklich mit seinem Fernseher. Dann hat jemand sich Full-HD-Beamer und so weiter angeschaut. Vergleiche angeschaut für das Größe. Größe, wie ist der, die SL9YG ist genauso gut wie eine 10er, weil es nur kleiner. Das ist die Dolby Atmos Soundbar. Kann man ja so sagen, weil es sind ja die gleichen Dinger, nur ein bisschen schmäler, also von der Breite her. LG ist nicht führend mit denen, aber das und das. Ja gut, da werden wir jetzt nicht so intensiv reingehen können. Da kommen jetzt viele Emotionen zum Vorschein. Fußball hat sich für dieses Jahr erledigt. Da könnte was dran sein. Das hört sich nicht so gut an, aber ihr spielt ja alle FIFA. Da jemand, mag Anna Disney nicht, wer ist Baby Yoda? Das wollen wir jetzt dann doch nicht mehr verraten, wer Baby Yoda ist. Ach, kenn das, ey. So, das mit dem Hoverboot funktioniert nur auf Metall und das Ding muss mit Stückstoff gekühlt werden. Das mag auch sein. Yamaha oder Denon. Wir sind Denon-Anbieter, deshalb würden wir immer einen Denon empfehlen, weil wir der Meinung sind, wir haben immer eine gute Alternative zu den Produkten, die wir nicht im Programm haben. Den kleinen Yoda muss ich verpasst haben. Okay, den wirst du dann in den nächsten Tagen definitiv auch erkennen und lernen und so weiter. So, was haben wir sonst noch? Da sind wir Yoda, Yoda, Yoda. Denon allein schon wegen Auro 3D, ja, da ist was dran. Monitor Audio Silber oder Dali Opticon, zwei sehr verschiedene Lautsprecher, muss man sich mal anhören. Ist so, ob mich einer fragt, Audio oder BMW, wen soll ich den gerne nehmen? Das sind viele Punkte, die man bei sowas, das kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Da sind wir leider heute nicht das richtige Format für. Entschuldigung, Patrick, kurze Zwischenfrage an du als Profihändler. Wenn es um solche Lautsprecher-Geschichten geht, bietet ihr euren Kunden auch an, dass die zu Hause mal ausprobiert werden für eine Woche? Oh, Kerl, jetzt sprichst du mich doch was an. Ey, bist du wahnsinnig. Also, nein, das ist einfach in der Praxis, da reden wir mal ganz offen drüber, das kannst du in der Praxis nicht bringen, ja. Du glaubst nicht, wie viele Subwoofer wir Leuten zuschicken, die holen sich zwei, drei Stück, testen die und dann kriegen wir 40, 50 Kilogramm Geräte zurück, die dann teilweise beschissen verpackt sind, Transportschäden haben und so weiter. Also, wenn man hier im Umkreis ist, kann man uns sicherlich mal ansprechen, dass man am Wochenende mal was ausleihen, aber wir haben noch nicht umsonst so viel Kohle investiert, um in verschiedensten Räumlichkeiten, die alle nicht Studioqualität haben, den Leuten das mal zu demonstrieren. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Ja, aber ich finde das tatsächlich wichtig, dass ihr Lautsprecher wirklich vorführen könnt, dass man zu euch hingehen kann und die Sachen wirklich anhören kann. Also, da haben wir ja auch viel investiert. Die Leute können auch ihre Musik hören, die können sich hinsetzen, die können das Ausrufieren anfassen, die müssen nicht in den Gängen irgendwo stehen, wo noch 30 Kunden dran vorbeilaufen und die müssen da jetzt, ja, wir haben eine Halbjörnlage, können sich da hinten anhören und ich stehe dann plötzlich zwischen einer Waschmaschine und dem Toaster da, weißt du? Also, das haben wir jetzt ehrlicherweise nicht und viele meiner Kollegen haben das ja auch nicht. Ja. Aber Dinge rausschicken zum Testen und so weiter, rechnen das mal hoch, das geht einfach schief, das geht leider nicht. Also, mehr als anbieten, den Leuten das zu demonstrieren, zu zeigen, so die Charakteristik der verschiedenen Lautsprecher im direkten Vergleich, da kann ich ja schon verdammt viel hören. Wir machen immer Termine, weißt du? Es gibt nicht sehr viele Händler, die Termine machen, das ist wie beim Arzt, nur ohne Rezept. Umso besser. Ja, das ist auch gut, wenn wir wieder reinkommen. Ich hoffe es ja sehr. Komm, pass auf. Na klar, was haben wir sonst noch? Cool, das ist nicht immer. Herr Schappert, Sie stellen am 24.6. bei Auchen Dolby auch kritische Fragen. Klicken Sie nicht vor denen ein, weil Sie eventuell ach so groß sind. Hallo, Herr Heister, sehen wir uns heute zum ersten Mal. Ich klicke da bestimmt nicht ein. Also, da bin ich auch in den letzten Jahren nicht eingeknickt bei allem Respekt. Also, das kriegen wir sicherlich hin. Wir werden konstruktiv kritische Fragen stellen, wir werden sie aussprechen lassen und wir werden uns anhören, was wir gemeinsam tun können, damit man das Thema 3D-Sound deutlich mehr bekannter macht, effizienter macht und auch schöner erlebbar macht. Ja, das ist so das Ziel der ganzen Geschichte. Leben und Leben lassen ist da mein Motto. Okay? So, Disney Support Liste, wo ist sie denn? Ah, kommt gleich rein, oder auch nicht? Airplay 2-Dilemma, Apple TV ist vorhanden, bei Multirum muss der TV laufen, der Stream kann neu über Apple TV gestartet werden, weshalb haben fast alle Soundposts kein natives Airplay 2. Das könnte damit zusammenhängen, dass das ja auch eine Lizenzgeschichte ist und eine technische Sache ist. Das kostet ja alles Kohle. Vielleicht hat ja einer an der Hersteller noch nicht die Spezifizierung, um Airplay 2 zu machen. So einfach da so reinpacken, geht ja nicht. So ist es. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Ja, aber ist also, oder? Also ich kann ja einfach sagen, ich mache da mal eben Airplay 2 rein, das klappt teilweise nicht. Ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach und das gilt aber generell auch für alle TV-Apps in den Smart-TVs. Wir haben für uns das Stichwort Löwe gehabt und jetzt betrifft das ja nicht nur Löwe, sondern auch andere Hersteller, wie zum Beispiel auch die alte Traditionsmarke Metz. Das ist nicht so, als wenn die jetzt nicht 20.000 Apps von verschiedenen Anbietern und DAZN in ihren Geräten gerne drin haben würden wollen oder Netflix oder Amazon. Das Problem ist nur, du musst Verträge machen, wenn du Hersteller bist und diese Features drin haben willst. Und das ist jetzt nicht leider nicht ganz so einfach. Ja, oder auch wenn du neue Software-Updates und sowas machst, das ist ja immer ein Riesenaufwand, was Tests und so weiter angeht. Das kostet ja eine unfassbare Kohle immer. Tatsächlich, ja. Ja, ich weiß. Überhaupt jetzt hast du mir das nicht aus den Fingern gezogen, aber du kannst es mir nochmal bestätigen. Nee, das kann ich wirklich nur bestätigen. Und ja, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an, auch ja, Juristerei letztendlich hinter und Gebühren und Geld und fragt mich nicht, kann das nicht alles selber jetzt runterbeten? Ja. Also ist jetzt nicht böser Wille, es ist einfach viel Geld, es ist sehr aufwendig, die Hersteller, gerade Netflix und Co., die ganz großen Jungs, die machen sowieso ihr Ding, wenn es um Software geht, da muss ich als Hersteller eines Fernsehers manchmal ganz schön einen Aufwand betreiben, um da weiterhin die Jungs noch mit anzubieten. Das sind komplexe, komplexe Sachen, die da sind. Wann bringt Samsung sein OLED mit nichtorganischen Pixeln? Das war nochmal was, da gab es doch eigentlich in diesem Jahr irgendwie doch bei Samsung im Board, war da nicht so, dass es hieß, die entscheiden jetzt, steigen wir nochmal ein in OLED oder nicht? War da nicht so eine Geschichte gewesen? Was weißt du davon? Ja, da war was, da gibt es Gerüchte und es gibt jetzt auch angeblich auch schon einen Leak, der zeigt, dass da Prototypen im Labor existieren oder ausprobiert werden. Also es könnte tatsächlich ernsthaft sein, dass da was in der Mache ist. Ob das jetzt in absehbarer Zeit serienreif wird, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Okay, dann werden wir es mal beobachten und ab und zu mal auf deine Seite gehen. Jo. Was eine spannende Herausforderung wäre, ist Pixel oder ja doch, die Quantum Dots nicht allgemein in die Hintergrundbeleuchtung, sondern tatsächlich Quantum Dots in die Pixel reinzubringen. Das wäre so ein Technologieschritt, der ja. Das Beste beider Welten miteinander kombiniert, willst du mir sagen? Ja, so richtig, so in der Art. So in der Art, ja. Da hat jemand einen OLED gekauft, der will die regionale Wirtschaft ankurbeln. Das finde ich sehr gut. Allgemeiner Aufruf, Leute, denkt an eure Händler. Die meisten haben einen Shop. Kauft bitte lokal ein. Es geht denen allen gerade echt der Arsch auf Grundeis für das, was dann auf uns zukommen wird und tut uns den Gefallen. Gilt natürlich auch für uns. Wir sind auch noch Tag und Nacht da. Viele Grüße an das Grobi-Team. Die liegen wahrscheinlich jetzt ziemlich geschafft da, weil toi, 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 haben wir heute den einen Anruf bekommen. Wir haben alles auf Lager. Wir schicken alles raus. Also wir sind noch da und wir leben noch. Hurra, wir leben noch. So. Nur unterstützen. Ich bin großer Fan davon, lokal zu kaufen. Also ich persönlich habe auch hier meinen kleinen Dunstkreis im Ort und bin froh über jeden Schreibwarenhändler, was weiß ich, unser kleiner Herrenausstatter und die Fachgeschäfte, die wirklich vor Ort für die Leute da sind. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, Leute, denkt drüber nach, was ihr kauft, wo ihr kauft und jetzt ist der Faden weg. Ich weiß, was du sagen wolltest und der Rest hat es auch verstanden. Ja. Ich danke dir. Pass auf. Nächste Frage ist, das ist nochmal ganz spannend, die Sony-Leute sind ja mit so einem mit einem Spruch rum am Laufen. Oh Gott, was für ein Deutsch. Scheiße, es ist spät, aber ich trinke kein Bier. Vielleicht sollte ich auch mit Oma mit anfangen. Triluminus, das kriege ich sogar ohne Bier ausgesprochen. Triluminus, das ist ja eine Bezeichnung einer Farbwiedergabe, die eben eine besondere Sony-Spezialität beinhalten soll. Kann man das so sagen? Ursprünglich mal ja. Ja. Und jetzt? Ist es, glaube ich, ein Markenbrand für Sony-Bildschirme, wie auch immer. Ja. Ursprünglich war es, glaube ich, so, wenn ich mich nicht irre, dass die Firma Sony, die Ersten waren, diese Quantum-Dots in ihre Fernseher eingebaut haben und das dann Triluminus-Display getauft haben und damit diesen krassen Farbraum hergestellt haben, den jetzt nur entweder die OLED-Fernseher mit ihren Selbstleuchten-Pixeln oder die QLED-Fernseher so in der Form abbilden können. Und das Triluminus ist aber aus meiner Sicht dann über die Jahre verallgemeinert worden im Sony, in der Sony-Nomenklatur für die Geräte, dass jetzt jeder anspruchsvollere Bildschirme bei Sony Triluminus reicht, heißt. Wobei sie ja auch ihre Beamer mit der Bezeichnung Triluminus unterstützend oder spezifiziert auch bezeichnen. Okay, das war ja nun definitiv keine Nano-Dinger. Nee, ich bin in den jetzigen Triluminus-Bildschirmen ist auch kein Quantum dort unbedingt mit drin oder was Vergleichbares. Okay, ich merke schon, wir müssen den Herrn Sony uns auch nochmal schnappen in den nächsten und was die Beamer angeht, das überlasse ich dir, da bist du der Experte. Wir versuchen es, soweit es geht, genau. So, dann sagt einer alles Quatsch, SDI haben wir im Studio seit Jahrzehnten, ist zufällig und super einfach, ja, aber alles Quatsch war ja nicht das, was wir gesagt haben, weil wir haben nicht über SDI gesprochen. SDI ist natürlich auch noch etwas, was man im Bereich der Datenübertragung einsetzt und ja, es ist im Studio-Bereich und ja, es ist ein guter Standard, der aber auch nie, 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 nie ansatzweise neben einer Skat-Buchse in meinem Blu-Ray-Player zu finden gewesen ist oder meiner HDMI-Schnittstelle, die ich noch daneben hatte, ist nun mal leider ein rein professioneller Standard, SDI. Ne? Ja. Kannst du mich noch sehen und hören? Ja, ne? Du warst jetzt ganz strahlend los. Du hast zwischendurch mal kurz geruckelt, aber das funktioniert und ja, das haben wir ja auch in ähnlicher Situation mit den Farb-Unterabtastungen, ob das jetzt ein 420, 422 oder wie auch immer geartetes Format ist. Auch da würde ich sagen, in der Praxis lieber den Ball flach halten. Wenn die Wiedergabekette in dem Fall, was weiß ich, der Blu-Ray-Player mit dem Fernseher jetzt nicht 444-Codierung unterstützt, tut's, dann aber die 420 super funktioniert, dann, okay, lass es doch einfach dabei lieber. Dann kann man dann auch sagen, okay, funktioniert es doch in der Praxis letztendlich. Okay, mein Lieber, jetzt geht's noch weiter, ein bisschen emotional zur Sache und wird ein bisschen diskutiert über 8K, 4K und was es sonst noch so im Markt gibt. Ich gucke mal, was noch kommt. Der eine oder andere meldet sich, der eine oder andere sagt, das eine ist schlecht, das andere ist gut und so weiter. Frage, ich besitze noch ein KRP 600P von Pioneer. Gott, da schlägt das Herz höher. Das ist Plasma-Technik vom Feinsten gewesen, wo ich sehr zufrieden bin. Warum sind Plasma-Fernseher komplett vom Markt verschwunden? Die neuen überzeugen mich nicht so. Liebe Grüße, Andreas. Das ist eine interessante Frage, aber die kann man, glaube ich, schon beantworten. Warum ist Plasma damals vom Markt verschwunden? Warum Plasma vom Markt verschwunden? Ja, das kann man, glaube ich, schon gut beantworten, oder? Ja, ich glaube, es hat sich im Endeffekt einfach nicht mehr gelohnt, die Geräte herzustellen. Ja, gut, aber das lag ja daran, dass die Nachfrage so gering war. Ja. Was jetzt im Endeffekt die Faktoren dazu geführt hat, dass die Nachfrage nach Plasma-Geräten so zurückgegangen sind, da wird mit Sicherheit die damals sehr hochgekochte Energieeffizienz-Diskussion dazu beigetragen haben. Mit einem Plasma-Bildschirm hattest du keine Chance, besser als ein C auf dem Label zu haben. Ja. Und die LED konnten super mit ihrer LED-Technik punkten und sagen, hey, wir schaffen aber ein A+. Ja, wobei die teilweise noch Neonröhren ja hatten, aber es ging dann los mit den ersten LEDs. Ja. Und trotzdem, selbst mit Neonröhrenbeleuchtung waren sie, also wir haben ja Pioneer gehabt, das kann ich ja vielleicht sogar aus der Praxis dir mal genauer erläutern, also wir hatten ja Pioneer-Plasmas gehabt, und es war ganz klar so, wenn man die nebeneinander gesehen hat, ein LCD und ein Plasma und du hast Tageslicht-Szenen gehabt, also Tageslicht-Umgebung gehabt, dann war der Plasma blasser. Ja, da hatte der den Balken nicht so schwarz gemacht, das war natürlich dann schlechter, es hing also sehr stark ab, wo hänge ich den Plasma hin, wie ist es mit der Lichteinfall, und ein Fall etc. Habe ich dann den Raum duster gemacht, dann musstest du den schwarzen Balken bei deinem John Wayne Western wirklich suchen, das ging nahtlos über in die schwarze Tapete oder ähnliches, man hat nicht ein Nachleuchten gehabt, ganz im Gegenteil, dann wurde plötzlich der LCD so was von grau und milchig zur damaligen Zeit, da war das relativ klar, aber wie du schon sagst, die Energieeffizienz, die Thematik war ein Riesenthema, da hat man ziemlich auf Plasma drauf gekloppt und natürlich gucken Hersteller ziemlich weit im Voraus, die gucken ja nicht nur ein und zwei Jahre im Voraus, die müssen fünf, sechs, sieben Jahre vorausschauen, die wissen Sachen, von denen wir noch nie was gehört haben, weil die müssen einfach weiter vorausplanen und da haben die schon gewusst, dass wir natürlich in drei, vier, fünf Jahren LED-Fernseher haben werden, dass es vielleicht dann OLED doch geben wird und so weiter und so weiter. Ich kann mich an einen Prototypen erinnern von Pioneer, das war somit das letzte Mal, Hallo, Tschüss, die Welt, da hatten die einen super flachen Plasma an der Wand hängen, nur mit zwei Drahtseilen, das war auf einer Messe, die ganze Elektronik, nichts war mehr dran, weil Plasma war ja auch noch relativ dick und da war die Welt am Staunen, aber eigentlich war es nichts anderes als ein Vorausschauung zeigen von das, was wir heute als OLED-Fernseher kennen, nämlich so flach wie mein Handy auf Riesenflächen. Ja, und was ich immer wieder toll fand an den Plasma-Fernsehern waren halt, dass die wirklich die selbstleuchtenden Pixel hatten und nicht nur diesen wirklich pixelgenauen Kontrast darstellen konnten, die Plasmas hatten damals auch schon immer diesen riesen Blickwinkel gehabt, dass man also wirklich mit der ganzen Familie von rechts nach links im Wohnzimmer verteilt sitzen konnte und jeder hatte wirklich ein super deutliches, klares Bild und die Blickwinkelabhängigkeit bei den LED- oder LCD-Fernsehern, die ist doch sehr von der Type und von der Bauart abhängig. Ja, so, dann machen wir weiter. Die Olympiade sollte in 8K übertragen werden, aber nicht in Deutschland. Ja! Da wäre vielleicht ein 8K-Signal in Deutschland angekommen, man hätte daraus ein 720p-Signal, was auch eine Kunst ist, reduziert. Ja, so sind wir Deutschen. Wir machen aus großen Dingern ganz kleine Sachen und manchmal ganz komische Sachen. Ja, also das war richtig. Also das Beste ist ja gewesen, wie war das nochmal mit 4K? Da kam ein 4K-Signal, dann wird das hochgerechnet, wieder runtergerechnet. Also Himmelarsch. Also da sind wir echt ganz schön schlecht, was das Thema Fernsehqualität angeht, muss man echt sagen. Da müssen wir noch einiges zulegen. Aber es gibt 4K-Satelliten-Sender, die mittlerweile echt gute Sachen machen. Ja. war HD-Plus-Karte notwendig, weil verschlüsselt, ein bisschen Geld müssen sie auch verdienen, aber da ist richtig cooles Material. Meistens so in der Zone von Senderplatz 1100, 1200, 1300, so tief sind die selten in ihren Senderlisten mal durchgegangen, aber sucht mal da unten, da gibt es einiges Tolles. Ja. Patrick, da bin ich ganz bei dir. Also um gutes und auch ordentliches Bildmaterial in 4K-Auflösung zu kriegen, ist Satellitenempfang echt eine gute Adresse. Man braucht natürlich ein Gerät, was das alles darstellen kann. 4K-Fernseher sind aber, glaube ich, mittlerweile schon Standard. Ziemlich verbreitet. Ja, ne? Also ich glaube, da kann man schon von außen. Ich habe jetzt einen Trailer gesehen auf diesem Demokanal, der war von RTL und einer von Arte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war der erste Trailer von RTL, den habe ich von Anfang bis Ende geguckt, der war richtig gut. Das war ein ganz toller Trailer, nett gemacht in 4K, die haben ja schon einiges produziert, auch wenn es jetzt nicht gerade die Sendungen sind, die ich mir freiwillig anschaue, aber es war echt hochwertiges Material mit HDR und allem drum und dran. Wenn jetzt die Inhalte auch noch so gut sind wie das Bild, wäre das fantastisch. Also das ist auf dem Sender als Demo frei zu empfangen, solltet ihr mal reinschauen, ist wirklich toll. Wird so manch einer seinen Fernseher neu erkennen. Okay, Dual LCD, da kommt einer mit Dual LCD, The Wall Energieeffizient wird für Europa ein Problem werden, ja, das sind, genau, das ist, das ist, fällt mir gerade zu ein, weißt du, das ist, du kennst den Wagen, den Hammer, den Wagen, Hammer, ich springe jetzt mal ein bisschen wild durch, hier ist ja schon spät, die bringen den ja als Elektroauto jetzt doch raus, der ist ja vor zehn Jahren zum letzten Mal gebaut worden, ich habe ja so eine kleine Verbindung zu dieser Fahrzeugreihe, weißt du vielleicht, die bringen den ja tatsächlich elektrisch raus. Okay. Ich habe schon gesagt, das ist der erste, den sie in Europa verbieten werden, weil der zu viel Strom braucht. Der hat 1000 PS und soll in drei Sekunden soll der auf 100 sein. Elektrisch ist das ja auch. Ja, aber es ist ein Riesengeschoss. Den kannst du wahrscheinlich nirgendwo angeschlossen, da geht direkt in der Stadt der Strom weg. Das letzte Ding, wo ich mich sehr amüsiert habe, das war die erste elektrische Harley. Das war aber nichts. Ja, die hat vor allen Dingen kein Geräusch gemacht. Ja, das ist ja nicht überraschend. Ich hatte da so eine Riesenanlage reingebaut, damit die ein Geräusch gemacht, aber die ist da gar nicht auf den Markt gekommen, oder war das nicht so? Nee, das war auch nur so eine Pressevorführung, wo ich dachte, das meinen die doch nicht ernst. Dann sollen die doch lieber an dem Apparat arbeiten, die die bei Star Wars hatten, was ohne Räder durch den Wald geflogen ist. Dann sollen sie doch lieber direkt den Sprung machen, oder? Wäre doch viel schöner. Okay, was haben wir noch? Wann auch immer Olympia stattfindet. Ja, es sieht wirklich traurig aus. Sieht nicht danach aus, dass Olympia dieses Jahr stattfinden wird. Das sind auch noch alles Auswirkungen, die kann sich keiner vorstellen. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt macht das bei mir immer so einen Sprung. Das ist doof. Okay, jetzt sind wir da. Was heißt richtig viel Saft? 500 Watt, 1000 Watt oder noch mehr? Also so eine große Wand da, so eine Mikro-LED-Wand. Also wenn ich überlege, was die an Wärme da aus fünf Metern noch auf mich projiziert. Ich war ja auf der ISE, ne? Da dachte ich schon, die machen einen Strich da und das heißt, gehen sie nicht näher, weil sonst haben sie Sonnenbrand. Aber das war echt warm, war das, ne? Das war auch so ein Mega-Ding von, was war das, sieben Meter, war die, glaube ich, sechs oder sieben Meter auf der ISE in Amsterdam. ISE habe ich dieses Jahr nicht geschafft. Ja, ich bin ja mutig gewesen, ich bin ja hingegangen, wir sind ja auch ohne Corona zurückgekommen, war ja eine ganz heikle Nummer. Das war eines der letzten großen Events in Europa noch. Ich habe hier, ich habe den The Wall zuletzt in Las Vegas gesehen. Auf der CS. Ja, CS. Ja, genau. Danke. Ist schon spät, kein Problem. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, okay, und hat dir gefallen, ne? Ja. Aber du musst halt auch schon ein bisschen Sichtabstand haben, Ist ja dann auch schon relativ große Pixel, wenn man direkt davor steht. Okay, Grobi, kann man bei euch noch einen Termin fahren bei euren Studios? Leider nein. Es ist verboten, uns diese Räumlichkeiten aufzumachen. Wir haben keine Lebensmittel, auch wenn wir so eine kleine Schublade haben, wo viele leckere Süßigkeiten immer sind, aber die sind nur für den internen Gebrauch. Nein, leider ist also unser Studio echt zu. Harte Zeiten wie in ganz Deutschland bei den meisten Firmen. So, was haben wir nochmal? Die TV stehen auch ohne Abdeckung rum, also Hardware freigelegt. Meine Aussage war nicht böse, weil ich meine mit Großteam in einer Dolby-Firma, Lokal. Das weiß ich doch lieber, Jens, das ist schon klar. Ich habe das ja auch so verstanden. Ich habe ja auch manchmal einen etwas anderen Humor. Also alles gut, wir werden das schon nett und schön in den nächsten drei Tagen da hinbekommen. Wobei ich gleich den guten Wilfried anrufen muss, der hat mich gerade angerufen. Ich hoffe nicht, dass der morgen nicht kann. Dann wird es aber, dann fahre ich nach Belgien. Dann schauen wir mal. Okay, Spitzenhältigkeit von Dual-LCD, das hast du vorhin erläutert, also zwei fette LCDs übereinander, Scheinwerfer als Hintergrundbeleuchtung, liegt bei 1000 Nits konstant und kann unheimlich viel Farbe, nämlich DCI-P3 ab. Also die Technik an sich ist toll, aber in der Praxis noch zu unhandlich, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Okay. Danke, dass du das interessiert hast. Ja, die 1000 Nits hätte ich jetzt auch vermutet und das Ding ist auch jetzt nicht als Consumer-Fernseher vorgestellt worden, muss man deutlich sagen. Es ist erstmal nur als Referenzmonitor im professionellen Bereich überhaupt eine Option. Dementsprechend nicht darauf warten, dass sowas demnächst als Fernsehgerät auf den Markt kommt. Okay, so. Dann muss ich mir mal eben einen Namen aufschreiben. Da wartet noch jemand auf eine Antwort über einen Beamer. Lieber Florian, ist notiert, schaue ich nochmal nach morgen in der Firma, kriegen wir ganz schnell geklärt. Wir sind ja auch erreichbar von 10 bis 23 Uhr, nur wenn live ist, dann ist das Telefon mal kurz und nicht besetzt, aber ich rufe auch noch zurück bis 23 Uhr und wege euch zur Not. Warnt eure Frau vor, wenn die daneben liegen sollte und ihr liegt schon im Bett. Ich schalte schon hinter mir. Psst, ein bisschen leise sein, meine Frau schläft schon. Okay. Da hat jemand eine 8805er geordert, der wird viel Spaß bekommen. Das mit den 8805, ein megamächtiger AV-Receiver. Das ist eine Vorstufe mit richtig viel Spaß, mit allen 3D-Formaten und so weiter. Richtig cool. So, die TV-Sender sollten endlich mal 1080p senden. Das finden wir auch. Sag mal kurz für die, die es wissen wollen, wer macht denn 1080p? Mir fällt ein Österreicher ein. Ja. Servus, TV. Und ich bin mir gerade nicht sicher. 1080p macht natürlich DVB-T2 in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen Sender. Aber richten die das dann nicht wieder irgendwie, die machen das aber von einem 720p-Signal, ne? Ja. Ja, ja. Es sieht doch nicht sehr vernünftig aus. Also wenn man das Signal auf dem 4K-Fernseher hoch skaliert, ist das schon ein sehr ordentliches Bild. Ich warte eigentlich drauf, die Arte haben jetzt in Frankreich über DVB-T2 angefangen, einen Test mit 4K-Ausstrahlung zu machen. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht denn bald mal wirklich dann auch, vielleicht auch per Satellit, europaweit zu empfangen sein wird. Wäre eine schöne Sache. So, es gibt so ein paar kurze Kommentare. Plasma hatte Einbrennprobleme. Definitiv. Musste man auch ein paar Sachen berücksichtigen. Konnte man es weitgehend versuchen zu reduzieren. War ein Thema. Dann haben wir den Hinweis, dass Travel XP 4K, ja, ein toller Sender unter 4K, ich habe es ja auch vorhin gesagt, wir haben die Meldung bekommen, die schalten leider ab. Wahrscheinlich hat es sich nicht gelohnt. Es ist einfach eine extrem teure Übertragungstechnik natürlich auch für die Sender, weil sie ja mit hohen Datenmengen arbeiten. Das ist ja auch der große Nachteil generell bei diesen ganzen neuen Standards. Das muss sich irgendwo alles wieder rechnen. Ja, und es wird alles billiger. Und die Streaming-Dienste, da haben wir noch gar nicht großartig drüber gesprochen, die machen einen geilen Job. Ich bin da weiter in der Meinung, die machen einen sehr guten Job, was die Bildqualität angeht. Auch Ton für Swimming-Dienste auf jeden Fall. Auch wenn sie jetzt im Moment ein bisschen auf die Tube drücken, beziehungsweise bremsen, so muss man, sie haben es ja wohl anscheinend ein bisschen reduziert, aber die meisten werden das gar nicht auf ihren Fernsehern merken. Eher der eine oder andere vielleicht auf dem Beamer. Aber, naja, muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was habe ich denn für einen Film gesehen? Ach, Zombieland 2 habe ich gesehen. Ich habe mir tatsächlich noch, nach der langen Nacht, habe ich mir noch Zombieland 2 angekauft. Hast du Zombieland 1? Nee, aber das klingt doch nach, nach viel Spaß. Mhm. War sehr lustig. Ist aber nicht der geborene Familienfilm. War aber wirklich nett. Ich fand den zweiten Teil besser, als ich dachte. So, was haben wir denn sonst noch? Gab es Abspann unter den TV-Herstellen zum Eindampfen von 3D? Könnte man ja vermuten. Und wird 3D wiederkommen, zum Beispiel, wenn die 8K-Sau durchs Dorf getrieben wird? Hm. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht dran. Ich kenne aber viele Leute, die froh sind, dass es Beamer gibt, die immer noch 3D können. Das ist auch so. Weil der Beamer war ja auch, ganz ehrlich, 4K und 3D sind eigentlich Technologien, die uns Beamer-Fans eigentlich den größten Gefallen gemacht haben. Weil die meisten Leute werden bei ihrem 4K-Fernsehern, wo sie aus 5 Metern fern und auf einem megagroßen 55-Zoll-Fernseher gucken, überhaupt nicht erkennen, dass das 4K oder HD ist oder ähnliches. Vielleicht erkennen sie es nur an den Farben und wegen HDR. Aber mal ganz ehrlich, also da muss schon irgendwo das Verhältnis natürlich stecken. Und wir haben ja nun mal Leinwände und wir sehen das ja auch schon ein bisschen eher. Und 3D war das Gleiche. Ich habe es immer gesagt, 3D auf einem Fernseher ist doch wie, als ob ich durch ein Bullauge gucke. Ja, wenn ich je nachdem, welchen Abstand ich habe. Es kam doch nie das echte 3D-Gefühl. Da rechts war die Spülmaschine, links war die Küche, über mir war eine Lampe. Ich habe doch alles gesehen, nur kein 3D-Effekt. Richtig wahrgenommen jedenfalls. Ja. Wie meint man das anders aus, oder? Meinst du nicht auch? Ich kenne das nur deswegen so, weil klar haben wir auch schon mal auf den Beamer geguckt. Aber wenn ich 3D sehen wollte, bin ich ernsthaft ins Kino gegangen. Aber nur ein gutes. Ja, natürlich. Welches Gute hast du? Kannst du eins empfehlen? Wir sind ja auch noch, wir sind ja weiterhin die großen Freunde des Kinos. Ja. Leute, denkt an euer Kino. Es gibt da bei uns auf der Facebook einen Hinweis zu einer Aktion, wo man Kinowerbung gucken kann. Die kriegen dann Geld dafür. Also guckt euch mal Werbung an. Die ist ja im Kino auch manchmal echt lustig, intelligent gemacht und toll. Ja, also wir hoffen sehr, dass die Kinos danach irgendwann wieder aufmachen können, weil da ist ja auch alles Schicht im Schacht. Ja. Welches Kino hast du bei dir in der Gegend besucht und wo warst du gerne? Ja. Ich habe gar keine große Auswahl, um zu sagen, es ist ein besseres oder ein schlechteres Kino. Die nächsten großen Kinos bei uns in der Nähe sind in Krefeld. Das sind ja der Max am Bahnhof. Genau. Ja. Ja, das ist aber eins schon der besseren. Die haben gute Sony 4K-Projektoren. Ja. Und da hat es dann auch immer Spaß gemacht. Und wenn es Tipp und Struppi war. Och nö. Ja. Ich habe in Krefeld meinen ersten Kinofilm gesehen, glaube ich. Das war Susi und Strolchi. Ach, guck an. Ja, in Krefeld am Ostwall. Da gab es Kinos nämlich noch, weißt du? Ja. Und das war Susi und Strolchi. Ich war, glaube ich, zum Geburtstag eingeladen. Und dann habe ich den Film gesehen. Ach, war der süß. So, der Elektro-Porsche macht nette Geräusche, aber nur auf Knopfdruck, denke ich mal. Das kann man wahrscheinlich auch laut und leise machen. Das Ding, oder? Was meinst du? Die müssen doch gar nicht Geräusche machen, je nachdem, wo die langfahren und wie schnell die fahren, ne? Ja, das, was mich am meisten in meinem Leben erschreckt hat, war, als ich in Berlin vor ein paar Jahren ein Taxi bestellt habe und dann das Ding auf einmal ohne Vorwarnung neben mir anhält. Haben die da in Berlin einen Tesla? Nö, das, ich glaube, das war noch im Prius damals. Aber der fuhr halt komplett geräuschlos an, beziehungsweise das bisschen Reifenrollen ist im Straßenlärm sowas von untergegangen, dass ich echt so, ich gucke mich oben bis das jetzt da klingt. Schau mal, der elektrische Harley, die soll doch verfügbar sein. Ich war der Meinung, das Ding hätten die gestoppt. LifeWire heißt die, kann man in Düsseldorf Probe fahren. Ach, guck an. Ja. Der Harley-Laden in Düsseldorf, da war meine danach folgende Firma nach Hannen, da habe ich mich auch gearbeitet. Da ist jetzt ein Harley-Shop drin, am höheren Weg ist das, in Düsseldorf. Ist ja der Knaller hier, wenn ihr Erinnerungen wach hier. Also, Grüße aus Dresden, Grüße zurück. So, ist mittlerweile Alternative zur Odyssey bei Sound United im Gespräch. Ja, haben wir gestern drüber gesprochen, die reden tatsächlich mit den Leuten von Direct, Dirac, gibt aber ein paar technische Anforderungen, die Dirac zurzeit nicht erfüllt und die wollen sie irgendwie vielleicht noch hinbekommen, mehr darf ich nicht sagen, mehr weiß ich allerdings auch nicht. Mal gucken, ob da irgendwann mal was käme. So, der Deluxe Musik auch in 1080p, wüsste ich jetzt nicht. Den sehe ich zu selten. Müsst du mal schauen. Was haben wir sonst noch? Kennt ihr mal eine gute Empfehlung für einen Beamer zwischen 2.500 und 4.000 Euro? Ja, fällt mir spontan ein. In BenQ, in Epson und der 7.900er von JVC, auch ein echt mega geiles Schiff, glücklicherweise wieder verfügbar, war nämlich eine Zeit lang vom Markt und ist doch wieder aufgrund der hohen Nachfrage neu aufgelegt worden. Sollte man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Okay? So, was kommt denn sonst noch? Wir gehen mal weiter. Wir sind noch gut in der Zeit. Nicht auswendig fragt bei GrubiTV nach. Da kannst du fast alle miteinander vergleichen. Das stimmt. Isator in München besitzt auch das. Kannte zwar nicht, den wusste aber schon. Habt ihr auch Röhrenverstärker bei uns? Ja, haben wir. Was sagt dir ein Röhrenverstärker? Wie gesagt, bist du ein Fan von Röhrenverstärker? Hörst du überhaupt generell gerne Musik, dass du dich mal so hinsetzt und einfach nur Musik hörst? In der heutigen Zeit? Ja. Wo kommt die her? Sollte ich aber ganz ehrlich sagen, am liebsten live und am liebsten Kneipenkonzert oder ja, und was ist jetzt? Können wir das alles nicht machen? Jetzt setze ich mich dann vor meine eigene kleine Anlage oder gerne auch mal mit dem Kopfhörer. Aber was hast du denn da als Quelle, wenn jetzt da nicht nur Liveband bei dir im Wohnzimmer steht? Im Moment ernsthaft Spotify. Okay. Gibt es bei Spotify zwei Qualitäten? Wie meinst du das jetzt? Also in Streaming-Qualität. Gibt ja bei einigen Anbietern wie Tidal beispielsweise, gibt es ja dann schon mal den Punkt, dass man da eine andere Qualität, also zwei verschiedene Qualitäten buchen kann. Ich weiß gar nicht, Spotify habe ich selber nicht. Weißt du auch nicht so direkt? Nee, habe ich mich auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so dran geschert. Du kannst natürlich bei Spotify, wenn du eine Mobil, was weiß ich, Verbindung hast, wo du nicht sicher bist, dass die Datenqualität, die Datenrate stabil genug ist, kannst du auch eine sparsame, reduziertere Übertragung runtertakten, aber dann mach das freiwillig, wenn es nicht nur gut tut. Nee, und wenn alle Stricke reißen, setze ich mich selber ans Klavier. Ach nee. Was spielst du denn? Jazz oder was spielst du? Oder was machst du so? Ich spiele nichts. Ich klimpe da für mich hin. Hast du Nachbarn? Ja, nur eine Familie. Na gut, die sind das ja gewöhnt. Ich habe auch mal Klavier gespielt. Das ist aber schon 40 Jahre bald her. Ja. Sagt dir Bella Bartok was? Mhm. Na klar. Liebe Leute, eure Kinder sollten wirklich kein Bella Bartok spielen. Nicht unbedingt. Es ist ein toller, es ist ein toller, ich wollte schon sagen Sänger, nein, ein toller Komponist gewesen, aber er hat mich dann doch wieder vom Klavierspielen weggebracht und dann war es das da. Ja, was haben wir denn noch? Habt ihr noch Fragen? Sind Standlautbrecher in 15 Quadratmetern Schlafzimmer zu viel? Nein, sind sie definitiv nicht, ob das der Schlafzimmer ist, die Badezimmer oder wo, nein, es ist nicht zu viel, Hauptsache sie passen rein, sehen gut aus und machen tollen Klang. Sind nicht zu viel, gibt nicht zu viel. Also meine letzten Standboxen habe ich auf 12 Quadratmetern stehen gehabt. Nein. Doch. Und? Ich habe sie jetzt doch mal rausgetan. Welche hast du? Das wollen natürlich jetzt alle wissen. Was hat jemand wie du an Standlautsprecher, welche Marke hast du gehabt? Die alte Matrix von Bows & Wilkins. Okay. Ich glaube Matrix 800 MK3 oder irgendwie sowas. Und hast du die noch oder sind die? Die habe ich noch, aber die stehen jetzt nicht mehr auf den 12 Quadratmetern. Okay. Sehr schön. Also Antwort klar, Schlafzimmer, sollte der Platz noch da sein. Standlautsprecher sehen sehr schick dort aus und man schläft sicherlich auch noch ein bisschen gemütlicher und beim Wecken morgens könnte ja auch richtig auch Spaß machen, würde ich sagen. So, was haben wir sonst noch? 4K3D-Beamer? Naja, das ist so mit 4K und 3D zusammen gibt es das leider nicht so in der Richtung. Gibt es eine motorisierte Hochkontrast-Leamer, die akustisch transparent ist? Ja, gibt es von der Firma Stuart und jetzt gibt es direkt wieder einen Schock und Zucken, weil Stuart ist leider der Maybach unter den Leinbänden und auch was die Preise angeht. Aber ja, sie haben ein solches, eine solche Leinwand da. Darüber hinaus wüsste ich momentan keine. Ich habe mir mit meiner, was haben wir, also ich habe mir mit 16 meine ersten Gegentakt-Endstufe mit 4xL34 pro Kanal selbst gebaut. Jetzt bin ich 26 und die Kiste läuft immer noch und es ist einfach geil, was da rauskommt. Das freut uns doch. Der Nachwuchs baut sich seine eigenen Anlagen. Das ist doch schön. Habt ihr Tipps für den Bau einer Haschbox? Mich nervt das E-Shift-Geräusch. Ich sollte beispielsweise die Lüfter der Box eher kalte Luft ansaugen oder doch die warme Luft aus dem Innenraum rausblasen. Ich würde immer für rausblasen, rausziehen, Wärmeluft raus, weil sonst kann es zu einem Wärmestau kommen, weil die andere Luft kommt automatisch hinterher. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja, alte PA-Regel. Ist das bei euch auch so? Also, kenne ich eigentlich nicht anders. Immer mit der warmen Luft raus, raus, raus und kalte Luft schon von selber nach. Alles andere halte ich auch für kontraproduktiv. Okay. Dann gibt es einen Hinweis auf 3D. Hast du irgendwie Spotify und andersrum, nochmal Netflix und Co. Haben wir noch einen Serientipp? Irgendwie hast du was in letzter Zeit auch noch gucken können an Filmen? Guckst du gerne Serien? Bist du ein Serien-Junkie geworden oder bist du mit dem Thema irgendwie vertraut, dass du sagst, ich gucke auch gerne mal die ein oder andere Serie? Ich sag mal so, gebranntes Kind scheut das Feuer. Nachdem ich dann irgendwann mal in den letzten Jahren gemerkt habe, dass man von Streaming-Serien, ich sehe jetzt auch keinen Anbieter, einfach süchtig werden kann, habe ich das dann ganz schnell mal bleiben lassen. Und ich habe aber einen ganz schönen Tipp. Auf hyfi.de haben wir A, die Neuvorstellungen von Amazon und Netflix für den kommenden Monat online und zweitens und ganz heißer Tipp, Miniserien. Wer auf hyfi.de Ja, Miniserien. Erklär mal kurz eine Miniserie. Ja, das sind Serien, die halt keine 20, 30 Staffelfolgen haben, sondern relativ kurz kompakt erzählt sind und sich sehr gut für so einen Serienabend mal eben für Binge-Watching, wie man Neudeutsch sagt, eignen. Hält dir eine ein? Sorry, nee. Ich habe eine. Hm, das? Ich habe eine. Ja, erzähl. Es war kein klassisches Unterhaltungsthema, aber es gibt eine wirklich coole Serie, die heißt The Spy. Ist auf Netflix, sind sechs oder sieben Teile und ihr werdet es nicht glauben, es ist eine sehr ernste politische Serie eigentlich, aber nach wahren Begebenheiten und ganz ehrlich, ich sitze dann schon mal mit dem iPad daneben, wenn ich weiß, dass die Serie also eine gewisse Dokumentationscharakter hat und lese dann also schon mal gerne meinem iPad nach, ob das auch so stattgefunden hat oder ob das mal wieder alles Fantasie des Drehbuchautors war und The Spy ist mit Sascha Baron Cohen, das ist der, der mit diesem wunderschönen grünlichen Badeanzug mal die Welt verschreckt hat, ja, und dieser Mensch ist in seinem Privatleben auch sehr politisch engagiert und der hat die Hauptrolle von dem Film The Spy, der spielt in den 60er Jahren in Israel und ist eine Spionage-Geschichte. Ich finde die wahnsinnig faszinierend, ich habe die Nacht durchgeguckt, wirklich toll und irre interessant, wie diese Mosaiksteine zusammenkommen, bis in die heutige Zeit, was die politische Entwicklung angeht, die wir dann in den letzten 40 Jahren hatten. Ganz tolle Serie, sehr interessant, solltet ihr mal reinschauen, wenn ihr mal auch sowas euch zutraut und anschauen wollt. Super professionell umgesetzt. Ja, also vielleicht auch für dich, wag es nochmal. Es sind ja nur sechs Folgen, sechs oder sieben Folgen, danach bist du ja durch und musst nicht weitermachen. Westworld, klar, ich habe schon den neuen Trailer gesehen, Westworld ist auch der Hammer, aber da darfst du ja nicht ansatzweise aufs Klo gehen. Also wenn du da in einer Folge weggehst, mit den Zeitsprüngen, mit dem hin und her und hoch und runter, aber super faszinierend, Westworld. Hat das was mit dem alten Kinoklassiker? Ja, so ganz entfernt. Also es gibt Menschen, die sind eben keine echten Menschen und aber irre toll erzählt, super spannend, tolle Musik, kommt übrigens von einem Duisburger Filmkomponisten, die Musik. Der ist aus Duisburg, wenn ich mich recht erinnere, der müsste das sein, ich meine, der kam aus Duisburg. Ja, und der hat auch die Musik gemacht, wenn ich das richtig, oh, hoffentlich bin ich jetzt wieder und der auch dünn nah ist. Game of Thrones, müsste der, das ist der gleiche, glaube ich, aber tolle Musik. Westworld, kommt eine neue Staffel jetzt raus, dritte. Sautteuer und ist der, wie ist das, der Bruder, der, ich glaube, der Bruder von dem, Christopher Nolan. Der hat das gemacht, ist auch ein Nolan. Ja, okay. Ja, gleich mal merken. Mein Gott, was wir heute Abend alles hier lernen. Aber ist doch schön, wenn sowas abgeht. Guck mal, hast du dir das so vorgestellt, tut doch gar nicht weh, ne? Warum sollte, warum sollte? Ne, eben, wollte ich das sagen, mach doch richtig Laune. Das müssen wir nochmal machen. Machen wir nochmal, das ist gut. So, jetzt kommt eine Frage. Gima, oh, das sind immer gute Fragen. 2,70, 5,70 oder N7? Wenn die Frage so kommt und du eine Antwort haben willst, N7. Wenn du die Gründe dafür wissen willst, können wir gerne telefonieren per E-Mail, aber im N7 sind noch ein paar Sachen drin, die andere nicht können, speziell bei 4K HDR. Sag nur Frame Adapt HDR. Wenn du mit 4K Inhalt kommst, wirst du es sehen, ob es im Wohnzimmer ist oder ein dunkles Kino. Du wirst auf jeden Fall Unterschiede sehen zu den anderen Geräten. So, da will jemand eine Infinity Capa ins Schlafzimmer stellen. Okay, kann man ja machen. 9,2. Kabelquerschnitt für die Bags und Heiz geht 1,5 mm, 2 bis 10 m Kabellänge. Wir machen immer 2,5 Quadrat. Dann sind wir auf der sicheren Seite. 1,5 würde ich nicht machen. Klingeldraht machen wir nicht. Bin ich ganz bei dir. Ja. 2,5 ist gut, ne? Ja, 2,5. Also, wenn du da keine Riesenlautsprecher dran nimmst. Also für Bags und Heiz super Lösung. Gibt es eine rollbare Ultra-Kurzdistanzleinwand? Ja, die gibt es, aber momentan schwer verfügbar. Wir haben eine, die wird von oben nach unten runterfahren. Die ist mit 100 Zoll verfügbar und es wird auch welche Bodenleinwände geben. Voraussichtlich im Mai sollte der Riesendampfer mal ankommen, weil die Produktion geht langsam wieder los und dann könnten wir im Mai eine solche Leinwand haben. Wird es Videos so geben, hätte man also so eine Ultra-Kurzdistanz-Projektorenleinwand, die von unten nach oben auch hochfährt. So, Star Trek PK, ja, kann man machen. Ich bin ganz ehrlich, Star Trek war nie so mein Ding. Ist das dein Ding, Star Trek? Das kommt jetzt ein bisschen auf die Historie an. der gibt es so viele, ne? Er war natürlich einer der großen Helden meiner Kindheit, ne? Aber da hieß es ja auch noch Raumschiff Enterprise und nicht Star Trek. Und, ja, von daher bin ich da schon ein bisschen geprägt. PK habe ich so am Rande mitgekriegt. Würde ich mir gerne mal angucken, ja. Da kann nicht ein wunderschöner Hinweis loswerden, den die meisten von euch, die jetzt hier Zuschauer noch nicht kennen, nämlich ein Programmhinweis. Wir machen jetzt Programmhinweiswerbung. Und zwar am Sonntag um 16 Uhr ist der Thorsten Nobs mein Gesprächspartner. Thorsten Nobs hat 20 Jahre bei Paramount, war er verantwortlich mit für die Veröffentlichung der Scheiben auf den Disks etc., also für die Heimauswertung, so nennt man das. Dann hat Paramount in Europa mehr oder weniger alles dicht gemacht, weil das ist ja eben der erste Schritt gewesen, dass die großen Filmfirmen nicht mehr selber eigenverantwortlich die Inhalte veröffentlichen für die Auswertung in den, auf Blu-ray und wo nicht überall, sondern mittlerweile kann es sein, dass die Firma X für die Firma Y das mitmacht. Und dann war er eine Zeit lang selbstständig, hat dort unter anderem die Synchron-Drehbücher für Serien geschrieben, unter anderem war er bei, ich glaube, irgendeiner Staffel Walking Dead für den Text verantwortlich etc., wobei machen die ja nur die ganze Zeit da, die Zombies. Aber ab und zu man wurde auch gesprochen. So, und jetzt ist er seit letztem Jahr bei Amazon und ist dort mit einem Kollegen verantwortlich für alle Original-Amazon-Serien, Amazon-Amazon-Serien, Amazon-Serien, die also dort veröffentlicht werden und wird also uns einiges erzählen, wie das Ganze so funktioniert, wie das läuft, wann kommen welche Serien, wie kann man dann diese Synchronisation überhaupt machen etc. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, es wird im Moment auch nicht synchronisiert. Deutschlandweit sind alle Synchronstudios zu. Es ist nichts, keine Serie, kein Schnipsel, es läuft nirgendwo was. Patrick, das ist unfassbar. wie ich tatsächlich heute noch auf meinem Notizvlog aufgeschrieben habe, wo ich dachte, wir müssten eigentlich auch mal eine Geschichte machen über, wie läuft das jetzt weiter mit den Film- und Serienproduktionen in Deutschland? Überall Stillstand, weitgehend. Gibt gar nichts. Werden wir ein paar Wiederholungen mehr sehen in den nächsten Wochen und Tagen. So, das haben wir noch. Tschernobyl kommt da gerade einer als Serienhinweis. Das war auch in einer Hammer-Serie, habe ich mit feuchten Augen vorgesessen, echt ey. Das ist die Serie über das Unglück in Tschernobyl. Du denkst, das ist eine Doku. Das ist so unfassbar realistisch umgesetzt worden, dass du nicht glaubst, dass das alles nachgestellt worden ist. Da habe ich kurz reingeguckt, ja. Und dann habe ich festgestellt, dass ich drei Monate später, das war 1986 im Frühjahr und drei Monate später im August war ich damals als junger Kerl in Moskau mit einer Reisegruppe. Ich habe altes Material bei mir in meinem Keller entdeckt, VHS-Kassetten, da sind noch zwei. Die habe ich nämlich jetzt gerade alle restauriert, also digitalisiert und da habe ich, weil ich damals mit einer Kamera hingefahren bin, wollte das unbedingt filmen, da war ich glaube 19 und dann habe ich da so noch gerade Tscherny, also Tscherny sage ich schon, Gorbi war gerade an der Macht gewesen, da war noch Russland so, wie man es eigentlich so aus den Büchern kannte. Habe da viel für gefilmt, viel auch gefilmt, was man nicht hätte filmen dürfen, aber ich bin wieder gut rausgekommen und dann sage ich jetzt, weil ich die Serie vorher gesehen habe, ich denke, scheiße, das war ja im August 1986, ich glaube 1986 war das, das gibt es ja gar nicht, das ist ja gerade drei Monate, also im Nachhinein wird man wahrscheinlich heute freiwillig nicht nach drei Monaten da wieder hinfahren oder so, aber damals waren wir noch nicht so informiert und aufgeklärt und es hat trotzdem noch geklappt, ich habe einen Sohn. Und er ist 15 und er sieht gesund aus. Na perfekt. Also, also das war, das war auch, das sind so, aber Tschernobyl, ja, tolle Serie, lohnt sich alleine deshalb schon ein Abo, wobei man die auch mittlerweile kaufen kann. So, was haben wir denn hier? Welcher Beamer am besten 4K kann man empfehlen bei einer Raumtiefe von 3,60 Meter und einer Wunschleinwand von 120 Zoll? Oh, das wird nicht viele geben, die das überhaupt können, die sind nämlich 2,66, 3,60 breit, da bleibst du eigentlich bei einem Ultrakurzdistanz-Beamer, da kannst du das aus 10, 20 Zentimeter machen, deine 2,66 Meter breite, aber so kriegen wir das nicht hin, weil wenn du 3,60 hast, also Wand zur Wand, musst du ja noch die Tiefe des Beamers abziehen, das sind 30, 40, 50 Zentimeter, somit hast du nur noch 3,10 Meter Vorderkante Linse zur Leinwand und dann ist Schicht im Schacht, also dann kriegst du das Bild bestimmt nicht mehr auf die Breite hin, also bei 99,9 Prozent der Geräte, also könnte was für ein Kurzdistanz sein. Haben wir noch JVCN7 mit 3D und allem drum und dran? Jawohl, haben wir noch, können wir mit der Vor-Ort-Kalibrierung aufhängen, wird wohl nichts, aber Fragen kostet uns ja nicht. Andreas, ja, haben wir noch, darfst du dich gerne kurz melden, ansonsten schreibe ich mir was auf und wecke dich nachher, sag deiner Frau Bescheid, dass du gleich nochmal einen Anruf kriegst, das können wir gerne machen. So, was haben wir denn hier für eine Nummer? 1, 6, 5, 8, alles klar, dann muss ich mal gucken, ob ich das auch noch hinkriege, Anruf. So, dann sind wir doch fast im Ende da, würde ich sagen, 10 Minuten haben wir noch, Thriller sind auch gut, rollbare Kurzdistanz, jemand haben wir gesagt, Westworld hat nur 2 Staffeln, ja, aber es kommt eine dritte, gibt es auch schon die Werbung, jawohl, seid ihr eher Fan von Denon und Marans, wir sind von beiden, wir mögen auch Pioneer, wir mögen auch Oncure, wir mögen die alle, weil Wettbewerb ist gut für uns alle und wir hoffen, dass wir sie alle noch beibehalten, auch in diesen schwierigen Zeiten, nie ist es gut, wenn es nur noch einen Hersteller pro Produktkategorie gibt, ja, so, Boot ist auch gut, ja, Boot kommt, weißt du, hast du das Boot, die Staffel gesehen, da gibt es eine Riesenüberraschung nächste oder übernächste Woche bei Sky, achtet darauf, eine technische Überraschung. Okay, bin gespannt. Ja, mehr darf ich nicht sagen, aber eine technische Überraschung wird es geben. Ja, ja, wir sind am Ende angekommen, das ist doch cool. Nein, der Bulli hat nicht links und rechts drei Orli, der sieht gesund aus, da kommt gerade einer mit einem netten Kommentar. Aber du hast ein richtig schönes Stichwort für mich da losgelassen, Vor-Ort-Kalibrierung. Das finde ich super klasse, dass ihr sowas macht. Jein. Nein. Kann ich dir ganz einfach sagen, schöne spannende Themen, die du hier ansprichst, finde ich ja gut, du hast ja gesagt, du willst mich auch interviewen. Wir können das machen, ja, aber eine Vor-Ort-Kalibrierung scheitert leider in den meisten Fällen an Kosten. Und sie holt ja auch nicht so viel mehr anderes Bild raus. Du kriegst einen neutral eingestellten Beamer, du hast nicht so viel unfassbare Einflüsse, außer du hast alles von mir aus rot in deinem Raum. Das ist klar, dann würde ich natürlich schon mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Aber im Gesamten ist es immer so ein Thema, viele wollen es, aber keiner will es bezahlen. Aber wie willst du es machen, wenn du 200 Kilometer in die eine und 200 Kilometer in die andere Richtung fahren musst? Das ist natürlich ein Kostenfaktor, und der ist da. Also man kann es haben. Der Raphael beispielsweise bietet es an. Raphael, noch ein Thema, Freitagabend, 20 Uhr, Viererkonferenz. Wir machen nicht Fußball hier, wir machen eine Viererkonferenz mit Holger, mit Dennis, mit Raphael und mit meiner Wenigkeit. Ich bin gespannt bei den anderen dreien, ob ich noch zu Wort komme. Also, wird ganz spannend. An welchem Tag? Freitagabend, 20 Uhr. Ihr dürft uns alles fragen, und wir haben gesagt, Ende offen. Wir werden das nicht limitieren. Ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Freitagabend, diesen Freitag, Viererkonferenz. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig cool. Ja, also nochmal, ja, man kann das natürlich machen. Es holt da nochmal das letzte Quäntchen raus. Das war Fernsehen, das Gleiche. Wer kauft sich einen Fernseher mit Kalibrierung, wenn der Fernseher nur noch 600 Euro kostet? Nein, natürlich nicht. Aber ich sehe es ja auch bei mir im Labor immer wieder. Du hast dann am Schluss doch nochmal so ein bisschen Quäntchen, was rauskommt. Und was ich immer wieder erstaunlich fand, ist, wenn ich auch früher schon mal Leute zu Besuch kriegte, die überhaupt nicht irgendwie technikaffin oder sonst was waren. Fünf Geräte standen im Labor aufgebaut, einer war kalibriert und es kommt jemand rein, der von nix irgendwie vorgebrieft ist, der einfach nur spontan reinkommt und auf das kalibrierte Gerät sagt, der hat ein gutes Bild. Du, da habe ich aber auch die gegenteilige Erfahrung schon gemacht. Echt? Ja, echt. Kein Scheiß. Also, ich habe auch schon wirklich nicht selten Effekte gehabt, wo die Leute sagen, nee, das Bild finde ich viel schöner. Und weißt du, welchen Modus der dann lief? Jo. Kurz vor Dynamik. Das ist so knallig und so brillant und so leuchtend und so, ja? Dass die da alle irgendwie einen Bluthochdruck vielleicht drauf haben oder so, ne? Das ist denen dann irgendwie erstmal egal. Und wir haben mal ein Video gedreht, das ist schon etwas länger her. Da habe ich einen Kameramann, der ist ein Kunde von mir, mal über die Schulter gucken können in Köln und zwar bei einem Studio, wo gegradet wird. Also, Grading heißt, dass die Filme farblich dort überarbeitet werden, abgestimmt werden, bis hin zu verfärbt werden, Till Schweiger, Sepia-Look, alles und solche Sachen. Und der erzählte auch so ein paar Anreglöchen. Also, wenn da bei dem schon mal ein Film, der eingeladen wird von Freunden, weil vielleicht ein Film, den er gedreht hat als Kameramann dort im Fernsehen läuft, dann ist der schon mal eine Stunde vorher da und stellt den Fernseher von seinem Kumpel erstmal ein, bevor der da Augenkrebs kriegt. Also, klar, es ist wie alle Leute, die auch ins Kino gehen, die sagen auch, Moment mal, der Ton war aber bei mir im Studio viel besser in der Abmischung, warum ist denn der so oder so? Das ist natürlich schade, dass man so diese kontinuierliche Kette nicht unbedingt so einhalten kann. Ja. Aber die Fernseher sind doch auch schon ab Werk ziemlich gut in den Voreinstellungen, oder? Ja, ja, ja. Also, das sehe ich auch so. Das ist zumindest die Testgeräte, die ich getestet habe, die sind schon sehr straight in die richtige Richtung. Es geht wirklich so um das letzte Quäntchen, das beim Kalibrieren ist. Und letztendlich bei den Fernsehgeräten, dann wahrscheinlich bei den Beamern auch, um das Thema, ich versuche, die Serienstreuung so gut es geht rauszuholen. und was ich jetzt auch noch mal in letzter Zeit erlebt habe, ist, es kann sich auch lohnen, am Ende wirklich die Kette zu, also in der richtigen Abspielkette zu kalibrieren. Die Kette? Also nicht, du hast ja keine Möglichkeit, zum Beispiel einen Blu-Ray-Player selber zu kalibrieren. Du kannst aber, wenn du jetzt eine Referenzdisk im Blu-Ray-Player abspielst, gucken, dass das, was auf der Disc drauf sein sollte, dann auf dem Fernseher dann auch so rauskommt. Bist du denn der Meinung, dass die Blu-Ray-Player so schlechte Signale rausholen, weil die Erfahrungen zeigen eigentlich, dass die schon sehr neutral sind, die Blu-Ray-Player? Generell ja. Ja, aber? Mein Highlight war, als ich versucht habe, zwei unterschiedlich gemasterte Ultra-HD-HDR-Discs. Ich glaube, das war Dolby Vision G HDR 10+. Oh Gott. Ja. Auf zwei gleichen Fernsehern wiedergeben zu wollen. Wiedergeben zu wollen. Ich hatte aber keine zwei identischen Blu-Ray-Player und ich habe mit zwei Blu-Ray-Playern erst versucht, das hinzukriegen und dann hat sich rausgestellt, hey, ich kann ja die Discs tauschen und trotz identischer Einstellungen mit was Wiedergabeformat, was Farbtiefe, also du guckst ja möglichst, dass du beide Blu-Ray-Player dann auf neutrale Wiedergabe, soweit es geht, einfällst und am Endeffekt kam dann dabei raus, dass die trotzdem Unterschiede in dem Umfang gemacht haben, wie aber auch das andere Mastering-Unterschiede gemacht haben, sodass ich am Ende dastand und dachte, okay, Erkenntnisgewinn tendiert gegen Null, weil die Wiedergabekette genauso viel Einfluss hatte wie das Mastering. Okay, also ich kann das aus unserer Praxis insoweit bestätigen, dass man die Dinger neutral eingestellt lassen sollte und dann nicht schon mal rumfuhlen mit Kontrast, Helligkeit und Schärfe, weil das macht manch einer ja auch, genauso wie in den AV-Verstärkern gibt es ja auch Voreinstellungen, die lassen wir auch alle definitiv auf Null und dann ist das eigentlich ganz gut, aber ich bringe dich mal mit Raphael zusammen, vielleicht machen wir mal eine Dreierkonferenz du und Raphael, dann könnt ihr euch ja mal sehr schön austauschen. Würde mich auch, würde mich echt reizen. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. So, Kalibrierung vor Ort, man kann den Fachleiten zuschauen und so weiter, das stimmt, alles richtig, aber wie gesagt, er kann es nicht verlaum machen, kostbar Mark 50 und da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Okay, was haben wir denn sonst noch? Man freut sich, dass man uns mal wieder sieht, schöne gute Nacht, genau, HiFi Forum braucht mal einen besseren SEO und bitte weniger Spunny Werbebanner, ja, von was sollen denn die Jungs da leben? Die brauchen ja ein bisschen Kohle, wenn das HiFi Forum da, weil die alleine einen Strom verbrauchen jeden Tag, ne? Oder? Ja, ja, ja. So, also wir kalibrieren die ganzen Projektoren, also die meisten jedenfalls, das sehen wir genauso, wir kalibrieren sie, man holt da überall noch was raus, gerade wenn es um das Thema HDR und Co. geht, machen wir da einiges und da haben wir ja auch schon viele, viele Filme drüber berichtet, et cetera. Filmmaker Mode, haben wir Abschluss, wir haben noch zwei Minuten, jetzt ist, ich sag mal, erst mal im Chatbereich, vielen Dank für eure Beteiligung, dann ist jetzt auch Schluss für heute, aber da musst du noch was sagen, das ist doch geil, das habe ich nämlich ganz vergessen, der sogenannte Filmmaker Modus. Yes, ja, yes sir. Ja, ähm, der Filmmaker Modus kommt zuerst, nicht, ähm, na gut, erst mal, worum geht es beim Filmmaker Modus? Filmmaker Modus hat die Idee hinter sich, Filme so zu zeigen, wie sie, man sagt, pauschal vom Regisseur intendiert sind, ähm, ich würde eher sagen, so möglichst nah an das ranzukommen, was von der Bildqualität her im Studio gemastert worden ist, also, es geht letztendlich um originalgetreue Wiedergabe, soweit das im Rahmen der ganzen Verwertungskette möglich ist, und dazu haben sich, ähm, die Kollegen von der Ultra HD Alliance, ähm, Zusammenschluss von Filmstudios, Fernsehgeräteherstellern, ähm, ich glaube, der ein oder andere Streamingdienst ist auch dabei, ähm, zusammengetan und ähm, einen herstellerübergreifenden, ähm, Bildmodus festgelegt den Filmmaker-Mode, das heißt, ähm, es gibt jetzt bei mehreren Herstellern, äh, LG ist dabei, Samsung ist dabei, Panasonic ist dabei, ähm, Philips, denke ich, wird es auch machen, ähm, einen Bildmodus, den Filmmaker-Mode, der stellt sicher, dass das Bildformat richtig eingestellt ist, dass alle Bildverbesserer, Kontrastanhebungen, äh, Farbmanipulationen ausgeschaltet sind, Rauschfilter ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch ausgeschaltet und es gibt keine Zwischenbildberechnung, es gibt kein, keine Glättung von Bewegung, es wird, äh, mit 24 Bildern pro Sekunde das Bild wiedergegeben und damit ist man so nah am Kino, wie es denn irgendwie geht. Ja, man hat also das, was man in den letzten zehn Jahren mit viel, vielen Millionen Euros entwickelt hat, einfach wieder abgeschaltet. Ja, das Schöne an der, an der Geschichte ist, dass die Entwicklung nicht nur in den tausend, Bildverbesserung, äh, und technischen, ähm, Aufbereitungen vom Bild, die, ähm, ja auch gar nicht so, ähm, alle zu verteufeln sind. Ich denke immer, dass das letztendlich drum geht, dass diejenigen, die die Filme gucken, die auch so gucken können, wie sie sie wollen. Ähm, es geht auch natürlich in den letzten Jahren ganz viel in die Entwicklung von Prozessortechnik, von Displaytechnik, ähm, da ist ja doch schon einiges passiert, was auch ordentlich Entwicklungsarbeit gekostet hat, aber im Prinzip, äh, hast du schon recht, da ist, äh, viel Software entwickelt worden, die der Filmmaker-Mode dann wieder außer Kraft setzt. und was ich persönlich auch am Filmmaker-Mode zu schätzen weiß, ist, da ist nicht alles in Stein gemeißelt. Also, was ich bis jetzt bei Demos gesehen habe, ist der Filmmaker-Mode auch sehr, ähm, konsequent auf, ähm, zum Beispiel für SDR-Inhalte auf 1000 Nits Spitzenhelligkeit gedimmt. Das kannst du dir im Wohnzimmer angucken, aber bitte dann, wenn du die Jalousien runter hast und das meiste Licht ausmachst. Ähm, hast aber bei allen Geräten, wo ich es bis jetzt selber, äh, auch mal ausprobieren konnte, die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, sieht aus wie echter Film, möchte ich aber ein bisschen heller haben, dann kannst du zum Beispiel die Grundhelligkeit rein, äh, anheben, ähm, für deinen persönlichen Bedarf oder deine Umgebungslichtbedingungen die du gerade hast. Mein Lieber, wir sollten auf die Uhr gucken, wir sind durch. Ich sag vielen, vielen Dank, hast einen schönen Abschluss gemacht. Jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen, nämlich bei dem puristischen Bild, ja, die ganzen technischen Features wieder deaktiviert. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, war echt ein schöner Abend mit dir, war auch kurzweilig, ging gut rum, wie ich finde. Ich hoffe, euch haben wir nicht gelangweilt, ihr habt auch euren Spaß gehabt und so wollen wir ja in den nächsten Tagen weitermachen, um uns ein bisschen mal abzulenken mit Themen, die euch alle so ein bisschen interessiert, beschäftigt, wo man gute Informationen bekommen kann, Insider-Informationen, Background-Informationen, was es da so gibt. Danke auch für eure freundliche und faire Teilnahme. Ich habe einen heute nur gelöscht, der war irgendwie mit seinem Finger auf der No-Taste klemmen gewesen, jetzt ist er raus. Kann auch passieren, so sind wir auch manchmal. Und ansonsten, empfiehlt uns bitte weiter, morgen Abend geht es weiter und wir halten euch am Laufenden über unser aktuelles Programm auf unserem YouTube-Kanal, Facebook und Co. und geht mal auf die Seite hi-fi.de, der gute, Herbert macht da einiges an Neuinformationen, wird jetzt einiges schreiben, hat heute aber noch ein paar gute Ideen bekommen, was für die Themen der nächsten Tage und Woche sein könnten, sonst wird nicht langweilig werden. So ist es. Patrick, ich danke dir. Kurz Anmerkung in eigener Sache, ich habe mich bei der Typenbezeichnung von den Matrix-Lautsprechern verhaspelt, aber sei es doch. Sag noch mal bitte, klären wir uns noch mal alle auf. Ich meine, ich hätte irgendwas von MK3 gesagt, das kann aber nicht sein, ich habe eine MK2 und ich glaube, die heißt korrekt Matrix 803 MK2. Alles klar, gut, haben wir uns auch geklärt und wäre schön, wenn ihr den Finger nach oben uns geben würdet, das ist natürlich Ansporn, die 4, 5, 6, 7, die wir nach unten machen, muss ich einfach sagen, die kennen wir persönlich und das ist nochmal so, damit müssen wir auch leben, werden wir auch demnächst keine Rede mehr wert und ansonsten werden wir weitermachen. Bis dann, tschüss, einen schönen Abend. Mein Lieber, ich klinke uns jetzt hier aus und ich möchte gleich bei dir nochmal, dann trinken wir noch ein virtuelles gemeinsames Bierchen. Okay, prima. Herzlichen Dank.